sind noch nicht ganz beschlussfähig. Es gibt einige angemeldete Abwesenheiten, die wir auch gerade protokollieren. Da fällt voll Schreck das Tablet vom Dorfhocks um. Ich gehe davon aus, dass wir gleich beschlussfähig sein werden. Von daher würde ich sagen, wir starten einfach mal mit den Berichten und beginnen heute mit dem Bericht der Pressestelle, weil wir gestern aufgrund von Terminlagen auch im Rahmen der Vorstandssitzung keinen ausführlichen Bericht der Pressestelle hatten. Von daher würde ich ganz gerne Mario bitten, dies nachzuholen für uns. Ich bin jetzt aufgeregt. In der letzten Woche haben wir standardisiert Pressemitteilungen, soweit sie denn gekommen sind, uns zugileitet, abgearbeitet. Da muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich mir ein bisschen mehr vorstellen. Aus meiner Sicht sind wir da sehr defensiv. Muss ja nicht so sein, dass wir jeden Tag fünf machen, aber da wir eine Menge Arbeit machen, könnten wir ruhig ein bisschen mehr darüber reden, finde ich. Kommt da gerne auf mich zu, wenn irgendwas ist, was ihr meint, was die Welt erfahren müsste. Ich habe am Freitag ein Hintergrundgespräch mit einer Reporterin in Köln, das sehr positiv verlaufen ist. Da werden wir einen Termin nacharbeiten mit Oliver, hier in Düsseldorf dann. Für diese Woche ist geplant, schon für morgen hat Moni dankenswerterweise eine PM vorbereitet. Und wir planen eine Aktion zur Verfassungskommission zusammen mit der Partei, die unsere Ziele, mehr Demokratie und unsere Positionen zu den fünf wichtigsten aus unserer Sicht, Fragen in der Verfassungskommission wie Wahlalter 16, Wahlrecht für EU-Ausländer, Steuerbremse etc. deutlich macht. Da sind wir in der Planung, die aber schon recht konkret ist. Da würde ich dann entsprechend auch noch was rumschreiben, wenn das Ganze wenig in Stein gemeistert ist. Ansonsten läuft das Car-Office solide und immer mit Besuch. Das heißt, dieser Teil der Öffentlichkeitsarbeit funktioniert richtig gut. Da könnten wir vielleicht noch hier und da ein bisschen mehr Vorlauf haben, aber ansonsten ist da das gut und die Menschen beschweren sich nicht mehr. Also das ist ja bei Piraten das Größte, was man erreichen kann. Da sind wir auch. Was ich nicht gemacht habe, was ich für heute vorlegen sollte, war der Antrag für diesen Pirate Art Project. Das haben wir noch nicht fertig gemacht. Ich habe leider noch nicht die Zahlen dafür, sodass ich euch das solide vortragen könnte. Dem müssen wir also auf nächste Woche verschieben. Was habe ich sonst noch? Und dann noch was ganz Generelles. Das wollte ich ja nicht sagen, weil es jetzt gerade anlasslos ist. Mir ist aufgefallen, dass hier und da sowohl Abgeordnete wie auch Mitarbeiter sich auf einschlägigen sozialen Medien mit Pressevertretern anlegen. Teilweise nicht sehr konstruktive Kritik. Anlasslos. Ausdrücklich anlasslos. Das ist egal. Wer sich nicht angesprochen fühlt, ist ja alles schiko. Dann passt das ja. Wer sagt, habe ich noch nie gemacht, dann ist das ja toll. Da würde ich einfach mal bitten, zu hinterfragen, was tut das für uns? Was hilft uns das, wenn ich das mache? Was hilft uns ein Tweet, wenn ich sage, du bist aber doof und schreibst scheiße? Im Zweifel würde ich da eher einen anderen Weg gehen. Einfach mal mit dem Kollegen von dem Journalistenkollegen sprechen. Und ich würde auch gerne dann Termine machen und vielleicht kann man Hinterfragen, vielleicht kann man das umdrehen, wenn einem ein Artikel nicht gefällt und ihn positiv für uns nutzen. Ja, ich bin naiv. Nein, aber tatsächlich sollten wir das machen und ich bitte einfach nur jeden darum, das für die Zukunft zu beachten. Konkrete Fragen? Vielen Dank, Mario. Jetzt dann halt zu dem Punkt, gibt es konkrete Rückfragen an Mario? Ich hätte da eine. Und zwar, was sind die Themen für diese Woche grob gesetzt? Hast du da was schon angezettelt? Ich habe mir, abhängig von den Anträgen, die heute beschlossen werden, werde ich was zu den Anträgen schreiben und werde da auch PMs machen und das mit den einzelnen Abgeordneten durchmachen. Tatsächlich, weil ich der Meinung bin, dass wir über unsere Anträge mehr reden sollten, wenn wir sie ja machen und die auch kommunizieren. Das werde ich im Zweifel mit einzelnen Pressevertretern machen und nicht generell mit einer PM, weil ich glaube, dass es teilweise erfolgreicher ist. Wir hatten ja in der letzten Woche, jetzt wo Joachim da ist, der vielleicht dann später unter Sonstiges oder so noch ein, zwei Worte dazu sagen kann, wie ich finde, sehr erfolgreiches Vorgehen, was die große Anfrage zur Bertelsmann Stiftung angeht. Ich glaube, das ist alles so gewesen, wie wir es geplant haben und mit der Ausnahme, dass wir ein anderes Blatt genommen haben, als das, was wir ursprünglich vorgesehen hatten. Aber danach ist das weitergelaufen und es läuft auch jetzt weiter. Joachim hat gestern Multiplikatoren angesprochen und wir spielen das einfach konsequent weiter. So würde ich dann auch gerne bei den Anträgen vorgehen. Vielen Dank, Mario. Ganz kurz, ich bitte gerade einzelne Tonprobleme zu entschuldigen. Es wurde geschrieben, wir wären etwas leise. Ich versuche mal etwas lauter zu sprechen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ausnahmsweise ein kleines technisches Problem ist. Aber es ist aber auch jetzt nicht so dramatisch. Jetzt gab es eine Rückfrage, glaube ich, von DS Lawfox und einmal von Nixos. Also ganz kurz nur, Joachim hat ja, glaube ich, darauf hingewiesen, dass Bertelsmann oder Bertelsmann Stiftung über ein Vertreter eine Stellungnahme schon zu dieser Anfrage hat. Es gibt eine Ankündigung dazu auf dem Server des WDR. Das ist ein Zweizeiler. Bis jetzt ist nichts gekommen. Ich habe das gestern aber aufgegriffen und der Jungen Welteninterview gegeben. Das war heute Morgen nicht drin, das wird morgen drin sein. Zumindest hatte mir die Redakteurin das gesagt. Ich glaube, dass die Ankündigung seitens der Stiftung, dort eine Stellungnahme abzugeben, etwas vorschnell war. Und ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Es kann auch sein, dass sie versuchen, das klein zu kochen. Ich bin da der Meinung, wir sollten so vorgehen. Das ist jetzt ein hässliches Bild, wie mit dem Frosch. Das Kochwasser muss mal langsam heiß machen. Dann habe ich einmal Mario und dann Nixos und dann würde ich diesen Punkt ganz gerne gleich beenden. Ja, ich hätte natürlich auch dich ansprechen können. Von dir kamen diese Infos. Also grundsätzlich ist es natürlich ganz toll, wenn die reagieren, würde ich nur mal sagen. Also klar, langsam kochen, aber je besser der Gegner darauf ansteigt oder das Gegenüber, das Gegner ist relativ, je interessanter wird eigentlich die Auseinandersetzung. Insofern hoffe ich, dass da was kommt. Nicht so schön und gut. Nur wir sollten deutlich machen, also meine Strategie ist sachlich ohne Schaum vorm Mund. Wir haben die Landesregierung gefragt. Also das ist, denke ich, unser Standpunkt. Das hätte ich dann auch gesagt. Ich habe noch was. Diesmal, das ist mir eben gerade eingefallen. Wir hatten in der letzten Woche einmal den Fall, der sich diese Woche wiederholt hat, dass einzelne Pressevertreter, nachdem wir ihnen gesagt haben, wann und wie wir die Presse mit ihnen planen, auf anderen Wegen versuchen, ihre Ziele zu erreichen. Um das mal Lizenz zu sagen. Lukas Schmunzelt, ich glaube, er weiß, was gemeint ist. Na ja, gut. Ich bin nicht betroffen. Genau, er ist nicht betroffen. Wenn das problematisch ist, wenn die Pressestelle das nicht weiß, wenn wir also eine Auskunft geben, die abgestimmt ist und es wird dann versucht, über persönliche Mitarbeiter oder so weiter doch noch zum Ziel zu kommen. Ich fände es gut, wenn ihr über solche Sachen, ihr oder eure persönlichen Mitarbeiter, die Pressestelle informieren würdet. Ich meine ausdrücklich nicht überlegen, ob ihr das macht oder nicht. Das bleibt in der Verantwortung eines jeden einzelnen Abgeordneten. Aber wenn ihr uns kurz informiert, was da ist, dann können wir vielleicht manchmal noch sagen, hey, da war schon was. Der Kollege XY hat abgesagt aus dem und dem Grund. Wenn ihr das jetzt macht, solltet ihr das wissen. Also einfach, dass er nicht unvorbereitet geht. Das ist etwas, dass es, das hilft euch nicht, auf die Nase zu fallen. Es gab es noch eine konkrete Rückfrage von Moni und dann noch eine von Joachim. Dann würde ich ganz gerne langsam zum Bericht des Fraktionsgeschäftsführers kommen. Ich wollte nur ergänzen, weil du über Themen gesprochen hast. Ich will nochmal sagen, dass am Wochenende die Umfrage G8, G9, die Ergebnisse kommen, dass wir auch da im Gespräch sind wegen Presse. Das hatten wir beide besprochen. Nur nochmal, um das zu vervollständigen, dass das kommt. Was mir gerade eben aufgeploppt ist und da vielleicht noch dran passt. Ich habe gestern die Backline mit Infos versorgt und heute Morgen finden wir auf der Website der Gesellschaft für Bildung und Wissen e.V. eine Meldung, Stifter im Fokus, ein Lebenszeichen der parlamentarischen Demokratie. Am 7. April ist eine große Anfrage der Piratenfraktion des Landtags zum Einfluss der Werdelsmann Stiftung an die Landesregierung in NRW ergangen. Damit leistet die Partei einen historisch mutigen Beitrag auch zur Aufklärung der Hintergründe der Bildungsreformen der letzten Jahrzehnte. Schon in der Anlage der Fragen wird deutlich, dass monatelange Recherchen im Hintergrund stattgefunden haben müssen, die es der Regierung schwer machen werden, sich aus der Affäre zu ziehen. Mit einem Wort, wenn sie sich nicht dem Vorwurf von Lüge und Verschleierung aussetzen will, muss sie in einem beispiellosen Umfang Verflechtungen aufdecken, die dann der politischen und wissenschaftlichen Beurteilung zur Verfügung stehen werden. Punkt. Okay, das war doch mal ein gediegenes Schlusswort für eine kleine Presserunde. Wohl an, kommen wir dann zum Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Hartmut, bitte. Machst du dir bitte ein Mikro an nach Möglichkeit? Entschuldige bitte. Also heute steht das Karofis in Aachen am Holzgraben, Ecke Ursuliner Straße. Mittwoch sind wir in Paderborn, Donnerstag in Viersen. Viersen wird Nico Kern auch dabei sein. Am Samstag haben wir eine Veranstaltung, auf die ich nochmal hinweisen wollte. Es geht dabei um Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in Schulen in NRW. Diese Veranstaltung ist in Wuppertal, in der Villa Media. Auch da wird das Karofis dabei sein. Wenn ein Abgeordneter morgen noch Lust hat dabei zu sein, sehr, sehr gerne. Dann, wir stehen jetzt kurz vor dem ersten Vertragsabschluss mit einer Universität bezogen auf das Projekt Verfassungspiraten und zwar ist es die Universität in Wuppertal. Dort ist es der Herr Professor Lietzmann und es wird das Institut sein, Forschungsstelle Bürgerbeteiligung, Institut für Demokratie und Partizipationsforschung, die sozusagen die erste Uni sind, die mit uns bezüglich der Verfassungspiraten zusammenarbeiten. Gestern haben wir in der Referentenrunde über das Projekt Digitaler Kompass gesprochen. Da sollen Referenten auch noch zuliefern. Insbesondere geht es darum, die Themen herauszuarbeiten, die noch relevant sein werden, das heißt noch relevant, die aktuell sind, relevant sind und sich der Bearbeitung lohnen. Da muss noch ein bisschen zugearbeitet werden. Dann würde ich natürlich dem Pressesprecher ungerne widersprechen, aber sein Punkt ist vorbereitet. Eine Vorlage ist bereits verteilt, bezogen auf Pirate Art Projekt. Ich darf sie dir rüberreichen. Insofern der Tagesordnungspunkt steht dort, die Arbeit geht immer weiter, Mario. Immer. Gibt es Rückfragen an unseren Fraktionsgeschäftsführer bezüglich des gerade getätigten Berichtes? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir haben ja gleich noch den Punkt mit dem Art Bereich von Mario, steht hier mit auf der Tagesordnung. Dann kämen wir nun zu dem Bericht. Vielen Dank für den Hinweis. Wir haben von der vergangenen Sitzung aufgrund einer leicht verschobenen Beschlussfähigkeit war uns durchgegangen, das vorvergangene Protokoll zu bestätigen. Es geht einmal also um die Bestätigung des Protokolls vom, oh Gott, ich kann das gar nicht lesen, das blendet so. Was ist das? 15.03.2016. Gibt es noch Anmerkungen zum Protokoll vom 15.03.2016? Daher gehe ich davon aus, dass dieses Protokoll so angenommen worden ist. Dann haben wir noch einmal das Protokoll der vergangenen Sitzung vom 05.04.2016. Gibt es dazu noch einmal Rückfragen? Ich sehe, das ist auch hier nicht der Fall. Von daher bedanke ich mich, dass auch dieses Protokoll jetzt so angenommen worden ist. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem nächsten Bericht, nämlich ganz kurz dem aus der Referentenrunde bzw. der Arbeitskreise, sofern Sie denn tagen konnten. Genau, und der fällt tatsächlich kurz aus, weil anscheinend auch von Erkrankungen noch und auch der angesetzten Betriebsversammlung das mit so einer lockeren Runde begann. Die aber ganz interessant war, wir sind auf das Thema Wirtschaft zu sprechen gekommen. Linus konnte nicht dabei sein, er war in der Enquete-Sitzung, wäre gut gewesen. Und wir wollten eigentlich, wir sind dazu gekommen, dass wir schon eine möglichst piratige Antwort geben sollten auf die immer wieder jetzt geäußerte Kritik am NRW-Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum. Das ist ja oft in den Schlagzeilen gewesen und die Landesregierung reagiert da durchaus relativ gelassen und was vielleicht so nicht bekannt ist, tatsächlich sieht NRW auch gar nicht so schlecht aus. NRWs großes Problem sind die großen Energiekonzerne, die mit massiven Umsatzeinbußen zu tun haben und damit ein wesentlicher Faktor. Also wenn die einfach Minus machen, dann macht das so viel aus, dass NRW halt schon zurückfällt. Und das war aber nur so der Aufhänger eigentlich und wir haben halt so ein bisschen gesponnen und eine möglichst angemessene Antwort gesucht, die wir geben könnten. Das wäre dann aber Sache auch des Wirtschaftsreferenten in Ansprache mit natürlich Joachim Paul. Und so eine Idee war, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich mal diesen Strukturwandel, der in Grenzen ja nur stattfindet. Also wir haben weiterhin massive Probleme im Energiebereich, also nach der Steinkohle steht das ganze Energiefeld eigentlich zur Disposition. Dann natürlich irgendwann auch die Braunkohle, was alles richtig und gut ist. Und Wandel findet, es gibt natürlich andere Bereiche, aber es gibt nicht so das Kernding, wo viel passiert. Und eine Idee war tatsächlich wirklich mal, wir können immer nur fordern zu sagen, setzen wir uns mal wirklich richtig auf Elektromobilität. Wir wollen wirklich gesponnen, dass hier Tesla eine Fabrik aufmacht. Wie auch immer, es muss auch nicht Tesla sein, aber weg von diesem, ja, wir haben ja die Zulieferindustrie, wir haben alles Mögliche. Und das kombiniert NRW, was NRW tun kann, ist halt wie immer Infrastruktur schaffen. Wir haben dazu so Klein-Klein-Anträge auch gemacht. Das war aber auch Klein-Klein, weil es halt möglichst realistisch sein sollte. Hatten wir mal mit Kai, Landesgebäude sind ja irgendwie ein paar hundert Möbeln, in fünf Jahren mit Ladestationen ausgerüstet werden. Das ist aber natürlich viel zu wenig. Und wirklich sagen, NRW muss Nummer eins bei der Infrastruktur werden, damit hier die Elektroautos nicht nur fahren, sondern auch gebaut werden können. Es ist, denke ich, nicht völlig unrealistisch, so etwas mal zu denken, wenn man natürlich Wandel nur hinkriegt, wenn man wirklich eine im Kern innovative Industrie hier exklusiv erstmal hinkriegt. Und nicht nur irgendein Ableger von und Zulieferer, der hier ein Werk aufmacht und produziert und dann wieder woanders hingeht. Ich sehe schon deine Reaktion, sollten wir darüber sprechen. Das ist im Wesentlichen angedacht worden, als was, womit wir mal irgendwie in die Diskussion gehen. Ich mache noch kurz den zweiten Teil. Der andere Teil der Kernarbeitskreise war dann im Wesentlichen auch damit beschäftigt, nochmal mit Lara gemeinsam und auch mit Guampi, der war dabei, diese Fraktionsklausurgeschichte, Fraktionentreffengeschichte ein bisschen vorzubereiten. Das Ergebnis war dann auch, Hartmut hat es auch schon erwähnt, dass da nochmal die Anforderungen an die Fachreferate sind, in Bezug auf den digitalen Kompass nochmal aktiv zu werden. Im Bereich Cannabis, das andere Schwerpunktthema ist tatsächlich schon was vorgelegt worden und Verkehr macht auch was. Also es ist noch was zu tun, aber es gibt schon Vorlagen und es muss noch daran gearbeitet werden müssen. Wir werden das, Lara wird einen Zeitplan dazu auch nochmal rumschicken, der dann auch konkret ist. Der ist leider knapp geworden. Wir hatten auch die Problematik, dass wir, das betrifft schon hier die Fraktion, im Grunde die Vorlagen an alle schicken müssen auch und nicht sagen, erst mal stimmt hier diese Fraktion das exklusiv ab und sagt dann, ja und das wird dann allen vorgelegt. Wir wollen möglichst zeitnah über die Arbeitspapiere auch die anderen Fraktionen in Kenntnis setzen. Das wird so ein bisschen parallel laufen, aber ich denke, auch wenn wir Ausrichter oder Einlader sind, dann müssen wir nicht irgendwie davon Gebrauch machen, dass wir schon alles hier intern durchdiskutiert haben, sondern auf den Fraktionen treffen sollen die anderen auch mit einem Stand reingehen, wo sie schon diskutiert haben konnten. Nein, haben, gekonnt haben, whatever, Futur, irgendwas so. Das dazu, Joachim hat sich direkt gemeldet und dann Oliver, aber ansonsten bist du wieder bei der Moderation dabei, natürlich. Vielen Dank, Nixus. Das ist übrig. Dann auch die Nachfrage. Gibt es Nachfragen? Von daher einmal Joachim und dann einmal Creon, bitte, soweit ich das gesehen habe. Danke, Marc. Ich sehe jetzt mit Freude, dass sich Olli auch gemeldet hat. Ich weiß nicht, ob das derselbe Grund ist, aber in dem Zusammenhang, Stichwort Elektromobilität, industrielle Produktion hier ansiedeln, gäbe es die Möglichkeit, eine konzertierte Aktion zu machen. Der Olli und ich, wir waren nämlich im letzten Jahr bei der leider nicht öffentlichen, aber externen Ausschusssitzung des Forschungsausschusses in Jülich und auf sehr detaillierte Nachfragen von Olli und mir hat der neue Leiter in Jülich, Professor Mark, war ein paar interessante Dinge dazu gesagt. Der Hintergrund unserer Frage war damals, dass Daimler-Benz ein Akkuwerk irgendwo, Thüringen, weiß ich nicht, Sachsen-Anhalt, geschlossen hat, was vorher mit Staatsklinik kräftig gefördert wurde und wie er das denn sehen würde. Und da Jülich in puncto Speichertechnik auch unterwegs ist, hat Marquardt einen zehnminütigen Stegreif-Vortrag gehalten darüber, wie das heute sein muss, dass nämlich, wenn man im universitären Raum Forschung betreibt, dass man dann dafür sorgen muss, nicht, dass das Patent ins Ausland geht, sondern dass man staatlich fördern muss bis zur Installation der industriellen Produktionskette im Land. Also so ein umfassendes Kompaktkonzept von der Forschung in die technische Realisierung rein, da hat er damals darauf hingewiesen und ich finde, da er ein sehr, sehr kluger Mann ist und sehr pfiffig argumentiert hat, ist das etwas, was man in dem Zusammenhang aufgreifen sollte, vielleicht auch in zwei Ausschüssen damit spielen kann. Danke. Oh, ich glaube, ich muss da was leise machen. Ich möchte gar nicht jetzt so ins Detail gehen, jetzt auch fachlicher Hinsicht, ich kann dazu natürlich viel sagen, aber generell ist das mal, glaube ich, das Fazit von den Themen her richtig, aus meiner Sicht vor allem, und auch die Analyse richtig. Und jetzt, glaube ich, geht es um die Frage des Umgangs. Ich möchte hier ruhig, weil es ruhig öffentlich sein kann, etwas sagen zur Taktik. Ich glaube, wir brauchen das, wie du am Anfang da eingeleitet hast. Wir brauchen eine Antwort auf NRW steht hinten, aber nicht, um jetzt sozusagen noch was nachzuschießen, weil die Sache war im Grunde gestern heiß und nicht heute oder morgen oder nächste Woche. Andererseits sind, glaube ich, sowohl SPD-Grüne als auch CDU und FDP sehr durchschaubar, welche Themen sie in den nächsten Monaten, also vor dem Wahlkampf, spielen wollen. Vor dem heißen Wahlkampf, da kann sich ja das vielleicht nochmal ändern. Und das wird eines der Themen sein. Und deshalb sollten wir uns darauf vorbereiten. Wir sollten also Themen haben, die dazu passen. Ich glaube, wenn wir sie so hinterher schießen, wie wir es ja durchaus auch aus unserem eigenen Antrieb heraus tun würden, die Themen zu spielen, werden sie aber nicht in den Kontext gefasst. Also wenn wir jetzt was zu sagen, wir wollen hier Industrie, Elektromobilität aufbauen, wird es nicht in der Öffentlichkeit, vor allem halt von den Medien, nicht in den Kontext gefasst, die Wirtschaft in NRW wechseln. Und NRW liegt zurück und die Landesregierung ist gescheitert. Ich glaube, diesen Link macht keiner automatisch, sondern wir müssen gucken, an welcher Stelle wir das sozusagen anbringen können, wie wir es verknüpfen können. Ich glaube, da steckt eine Sache hinter, da muss man sehr schnell reagieren und sehr schnell die Arbeit erledigen. Das heißt, wir müssen sozusagen die Texte, die Sachen von den Fachpolitikern und von den Fachreferenten alles vorliegen haben. Und dann muss das irgendwie innerhalb von wenigen Stunden, Minuten gespielt werden können, wenn was auftaucht. Ich glaube, eine Vorwarnung kriegt man bei FDP und CDU sehr leicht. Bei der FDP, die haben sowieso nur einen Kanal, das ist sozusagen die FDP-Fraktionswebseite oder der Twitter-Account von Herrn Lindner. Wenn da was auftaucht, ist man sofort im Bilde, was passiert. Und zwar stiltert Herr Lindner einmal dankenswerterweise einige Stunden vorher. Und bei der CDU ist das faktencheck-nrw.de. Da testen Sie nämlich aus, was Sie demnächst der Landesregierung vorwerfen wollen. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen Auge drauf hat, geht das gut. Das wäre mein Hinweis vielleicht auch an den AK aktuelles zurückgespielt. Und ich sehe auch bei mir jetzt den Punkt, Sachen zu liefern, die nicht sofort rausgehen müssen, damit wir sozusagen das in der Hinterhand haben. Vielen Dank, Creon. Gibt es weitere Punkte, Ideen, Anmerkungen zu dem Bereich der Arbeitskreise und der Referentenrunden? Uni, bitte. Ja, ich habe noch eine Frage zu dem Papier, digitaler Kompass, was da jetzt erstellt worden ist. Mir ist immer noch nicht ganz klar, ehrlich gestanden, wofür dieses Papier anschließend gut sein soll. Also ich sehe, dass da Arbeit reingesteckt wird, werden muss, werden soll. Mir ist immer noch nicht ganz klar, was ist das Ziel dieses Papiers. Wo soll das verwendet werden? Also die Hauptarbeit hat jetzt bisher ja Lara im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Fraktionen Treffens gemacht. Guampi ist da auch bestens informiert. Mein Verständnis war bisher, dass wir gemeinsame, also im Hinblick auf die Länder, in denen Wahlkämpfe anstehen, insbesondere die, wo Fraktionen sind, versuchen, gemeinsame Schwerpunkte zu entwickeln in diesen Bereichen, wo auch dieses Papier digitaler Wandel oder im Bereich digitaler Wandel dieses Papier digitaler Kompass geschrieben wurde, von der Schleswig-Holstein-Fraktion. Es gab auch durchaus schon Kritik daran, was hier in NRW nicht passt, nicht übertragbar ist. Aber insgesamt ist das Ziel, so eine Grundlage zu entwickeln, wo wir gemeinsame Schwerpunkte bespielen können in den anstehenden Wahlkämpfen, wo es auch vielleicht nicht gemeinsam ist, wo es Bundesländer mit eigenen Themen sind. Aber dafür ist dieses Papier im Wesentlichen entwickelt worden, so wie ich es verstanden habe. Vielleicht kann Guampi es aber korrigieren oder Lara müsste was dazu sagen, sie hat das eigentlich aus Schleswig-Holstein geholt. Oder auch gerne Hilma, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie geht das zu deuten. Aber es gab durchaus auch Kritik schon im Bereich Hochschule, geht ja gar nicht, hier auf NRW zu übertragen. Das ist dann aber auch ein Ergebnis, was okay ist. Ich bitte um Verzeihung. Ich habe gerade parallel eine Anfrage hier kurz nachgeschaut. Ja, dieses Papier ist mehr oder weniger basiert auf einer Arbeit der schleswig-holsteinischen Fraktion und soll dahingehend auch weiterentwickelt werden, dass wir gucken können, welche Punkte passen für NRW, welche können wir aus unserem regulären Programm für die Fraktion übernehmen, was sind die Möglichkeiten und Schwerpunkte, die wir dann halt auch in das Land tragen können. Hierbei gibt es dann noch eine weitere Möglichkeit, die ich gerne im Nachgang zum Fraktionentreffen spielen möchte, nämlich auch weiterhin im laufenden Prozess für den Rest des Jahres hinzugehen und zu sagen, was sind im Rahmen des digitalen Kompasses noch eure Punkte von außen, die wir da mit reinziehen sollen. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Die schleswig-holsteinische Fraktion hat dies auch getestet im Rahmen eines Diskussionsverfahrens oder eines öffentlichen Beratungsverfahrens über einen Zeitraum von zwei Monaten, was wir, denke ich mir, auch noch in diesem Zusammenhang auch im Nachhinein halt weiter machen können, um dann noch zu schauen, was man sozusagen bis zur letzten Minute an Möglichkeiten hier noch in den Landtag holen kann. Hallo Helmar! Hallo Mario! Also ich, wir hatten da gestern eine Diskussion, ich will das jetzt auch nicht wieder aufwärmen. Also, die Sache ist doch ganz einfach. Wir haben einen Entschließungsantrag zum letzten Haushalt vorgelegt, in dem genau unsere digitale Agenda-Revolution, wie auch immer, formuliert ist. Das ist unser Papier. Ich weiß nicht, warum wir jetzt noch ein Papier aufsetzen sollen, sondern das könnte man doch, ja, man könnte die doch zusammenführen. Die Fragen, die da aufgeworfen worden sind, sind ja gar nicht so schlecht in einigen Teilen. In einigen sind sie eher, naja, nicht so passend, aber gut, sodass man doch vielleicht doch die Arbeit, um eine Transferleistung dahin zu bekommen, die Arbeit doch damit getan wäre, die Punkte, die dort in dem digitalen Kompass, warum jetzt auch eine neue Begrifflichkeit wieder in den Raum geworfen wird, weiß ich nicht, aber ist halt so, mit der digitalen Revolution zu einem digitalen Kompass-Revolution werden zu lassen, um dort dann vielleicht auch was Substantielles aus dem Fraktionentreffen herauszuarbeiten. Ja, ich habe geliefert, mir ist egal. Also, wenn das so gewünscht ist, machen wir das gerne so weiter. Das ist nur doppelte Arbeit. Danke. Gut, dann hätten wir den Krayon als nächstes. Dann mache ich einfach mal. Ja, eine Kompass-Revolution halte ich für nicht ganz sinnvoll. Norden oben hat sich etabliert. Der Hinweis auf das Papier ist gut. Denn natürlich ist man vielleicht möglicherweise schneller, vor allem, wenn man nicht viel Zeit hat, wenn man sich einfach das Papier und vor allem, ich möchte darauf hinweisen, das PET von damals vornimmt. In PET waren nämlich tatsächlich noch ein paar mehr Dinge drin. Der Haushaltsantrag hat nachher, also der Haushaltsantrag war nachher eher nochmal zusammengeschrieben worden. Einige Dinge fehlten damals komplett. Und er hatte natürlich einen Fokus auf Haushalt. Das heißt, es haben sich manche beschränkt in ihrer Sache auf Dinge, die haushaltsrelevant sind. Das muss ja nicht mal alles haushaltsrelevant sein. Vor allem, wenn es um irgendwelche Richtungen geht. Also auf Dinge, die haushaltsrelevant sind in diesem ein Jahr. Und es gab auch Dinge, die in dem PET standen, nachher nicht in dem Papier. Ich würde deshalb also nicht sagen, das Papier zum Haushaltsantrag oder der Entschließungsantrag, nehmen wir es nicht Papier, der Entschließungsantrag hat ja einen Namen, wäre jetzt unser digitaler Kompass. Aber ganz klar, am besten wir setzen nochmal die Links zu PET und Entschließungsantrag drüber. Ganz klar daraus bedienen. Will, machst du da noch eine Anmerkung? Okay. Dann, wo sind wir denn dann? Jetzt muss ich mal gerade selber gucken. Okay. In dieser Runde würde ich dann sagen, können wir jetzt zu Top 1 kommen. Nämlich nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit. Erstmal vielen Dank auch Nixos für den Bericht. Dass wir jetzt schauen, wir hatten ja in der heutigen Tagesordnung auch mehrere Punkte im Bereich der Nichtöffentlichkeit, sowohl fraktionsöffentlich als auch fraktionsnichtöffentlich. Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich ein Stündchen dafür ansetzen sollten in Gänze. Hierbei gibt es auch eine kleine Personalie. Ich würde sagen, wir haben jetzt 10.39 Uhr. Ich tippe mal so auf, wenn wir um 12 Uhr mit dem Nichtöffentlichen beginnen. Was zu spät ist. Dann schauen wir, dass wir möglichst schnell durch unsere Anträge kommen. Im Großen und Ganzen gibt es bestimmte Dinge aufgrund der Möglichkeit, vielleicht scrollst du mal gerade ganz nach unten, dass man sieht, welche Themen wir nicht öffentlich behandeln wollen. Spricht sich jemand gegen diese öffentlichen Teile aus? Da gibt es bestimmte Punkte, die wir unbedingt noch zusätzlich mit draufsetzen müssen und oder eventuell, die wir vielleicht sogar auf kommende Woche noch verschieben könnten, was ich aber glaube ich nicht für möglich halte in diesem Fall. Wir haben die Sachen ja gestern in der Vorstandssitzung besprochen. Jetzt gab es eine kurze Wortmeldung von Dietmar, die ich dann aber ganz gerne auf 60 Sekunden begrenzen würde. Danke. Unter 60 Sekunden. Was ist mit eigentlich nur eine Frage, wir haben einen offenen Umlaufbeschluss beziehungsweise einen nach der Wahlordnung nicht. Nein, der ist beendet. Wir haben einen nach der Wahlordnung in der Fraktionssitzung zu behandeln Umlaufbeschluss. Wann soll der behandelt werden, wie soll der behandelt werden? Da dieser Umlaufbeschluss sozusagen auf Privatklammer, auf Nichtöffentlichklammer zusteht, wird er natürlich im Rahmen des nichtöffentlichen Teils der heutigen Sitzung behandelt werden. Dietmar. Stelle ich den Antrag sofort, die nichtöffentliche Sitzung anzusetzen und dann nach Abhaltung der nichtöffentlichen Sitzung beziehungsweise nach Behandlung des Umlaufbeschlusses die öffentliche Sitzung fortzusetzen. Aus Gründen, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht näher ausführen möchte, da es sich ja hierbei um einen privaten Umlaufbeschluss handelt, den jeder kennt. Er scheint nachvollziehbar. Ich werde die Abstimmung auch abhalten, möchte aber kurz als Gegenargument einwenden. Wir haben Antragsdienstag. Ich habe heute eine Runde der sogenannten parlamentarischen Geschäftsführer und würde da, ich habe kein Problem damit, ohne Anträge da reinzugehen, aber aufgrund der Diskussion der vergangenen Woche sehe ich die Gefahr, dass ich am Schluss heute ohne Anträge da reingehe. Von daher würde ich in diesem Fall gegen deinen Ansinnen stimmen, den nichtöffentlichen Teil vorzuziehen. Von daher würde ich direkt zur Abstimmung kommen. Wer ist der Meinung, Dietmers Antrag mit Vorziehen des nichtöffentlichen Teils heute so weiterzumachen? Wer kann dem so zustimmen? Dietmers Antrag von gerade eben? Wer kann dem nicht zustimmen? Vielen Dank für eure Stimmenabgabe. Von daher verfahren wir weiter. Ich erinnere ganz kurz daran, gibt es also weitere Punkte, die für die Nichtöffentlichkeit heute noch beizubringen sind? Von daher frage ich in der Öffentlichkeit, spricht sich jemand gegen die spätere Einrichtung oder Herstellung der Nichtöffentlichkeit aus, wie vorgeschlagen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir es weiterhin so verfahren. Damit sind wir mit Top 1 durch und kämen nunmehr... Genau. Kommen wir dann zum Top 5. Kurze Frage in Bezug auf Pflege am Boden. Weitere Vorgehensweise. Jetzt ist es gerade so, dass heute Daniel Düngel nicht hier sein kann als zuständiger Abgeordneter. Gibt es sachdienliche Hinweise oder schon Rückmeldungen in Bezug auf die Pflege? Weiß jemand was? Ich frage mal ganz kurz. Ansonsten bringe ich das im Berichtsform für nächste Woche bei. Von daher würde ich sagen, wenn du etwas sagen möchtest zu diesem Thema... Ja, wenn du mich so fragst oder wenn du fragst, also wir haben ja auf dem Landesparteitag gesehen, dass es eine relativ große Zustimmung gibt, dieses Thema weiter zu bearbeiten. Und wenn das in der Partei so gesehen wird, wollen wir das halt auf Fraktionsebene so tun. Wir haben eine Twitter-Gruppe inzwischen gut installiert, die halt unter dem Account Pflegestimme twittert. Und das funktioniert relativ gut. Wir haben fast 100 Follower, wovon, sage ich mal, gefühlt die Hälfte keine Piraten sind, sondern Leute, die irgendwie in der Pflege unterwegs sind. Wir werden uns heute Abend treffen. Das heißt, wir haben uns einmal bei mir im Wahlkreisbüro getreffen, werden uns heute Abend im Mammel treffen. Und ich sage mal, das Erste, was ich total gut finde, ist, dass sich eine Gruppe von zehn Leuten gefunden hat, die sagen, wir arbeiten an dem Thema gemeinsam. Das ist ja schon eher ungewöhnlich und nicht mehr die Normalität. Also auch das finde ich schon mal großartig. Durchaus auch Leute dabei, die in letzter Zeit nicht so richtig viel gemacht haben, sondern wo wir gesagt haben, wir wollen das nochmal versuchen. Ich hatte ja an den Vorstand einen Antrag gestellt, in Absprache mit Daniel Düngel, da möglicherweise auch nochmal Ressourcen reinzusetzen. Das werden Sie sicherlich an anderer Stelle nochmal besprechen. Also ich sage mal so, wir sind da auf einem guten Weg und das läuft ganz ordentlich im Moment. Vielen Dank, Moni. Gibt es denn mir noch einen Werbeblock, einen halben Satz? Also heute Abend treffen wir uns um 19 Uhr im Mammel. Ihr seid alle herzlich eingeladen und dürft gerne mittun und mitmachen. Das wollte ich hören. Wunderbar für diesen kurzen Zwischenstand. Gleichwohl, das ist dann auch eines der Themen, denke ich mir mal, die wir dann zukünftig immer wieder mindestens bestimmt einmal im Monat irgendwie mit auf die TO setzen können. Einfach für kurze Zwischenstände. So viel zu Top 5. Kommen wir dann zu Top 6, den eigentlichen Anträgen fürs kommende Plenum. Ich würde gerne die Reihenfolge der Anträge, wie sie hier steht, kurz verlassen. Es gibt nämlich einen Antrag, den wir am Freitag im nicht beschlussfähigen Mammel, welches ich zukünftig eigentlich nicht mehr so gerne abhalten möchte aufgrund der mangelnden Beschlussfähigkeit, den ich gerne vorziehen möchte, denn ich sehe ja, dass unser Referent auch zugegen ist. Das ist nämlich der Antrag aus dem Hochschulsektor, nämlich in Bezug auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Da würde ich doch ganz gerne Joachim bitten, den Antrag kurz in seiner Gänze vorzustellen und zur Not assistieren kann ja der Hilmer. Vielen Dank. Vielen Dank. In dem Zusammenhang, Mammel reden wir nachher noch am Freitag. Am 17. Februar hat das Bundesverfassungsgericht einen Paragrafen aus dem aktuellen Landeshochschulgesetz, nämlich in Paragrafen 73, kassiert. Er steht im Widerspruch zum Grundgesetz, wo die Wissenschaftsfreiheit garantiert wird. Und er hat auch kassiert den Paragrafen 72 aus dem schwarz-gelben Vorgängergesetz, nämlich das sogenannte Hochschulfreiheitsgesetz. Dort geht es um die Zulassung von Studiengängen. Und das Bundesverfassungsgericht moniert, dass eine staatliche Verantwortungsaufgabe durch dieses Gesetz aus der Hand gegeben wurde und nunmehr von privaten Akkreditierungsagenturen übernommen werden kann. Das ist eine hochschulpolitische Klatsche für die Landesregierung. Und ich möchte in dem Zusammenhang die Fraktion bitten, unseren PGF zu bitten, und jetzt ist er raus, ich könnte ihn auch selber bitten, aber wir machen ja das mit der Demokratie, zu versuchen, diesen Antrag prominent im Plenum in der nächsten Woche zu platzieren. Wir machen den Aufschlag. Wir machen keine direkte Abstimmung. Wir nehmen die Verfassungswidrigkeit der aktuellen Gesetzeslage zu Akkreditierung, zu Zulassungsverfahren von Studiengängen zum Anlass, auch nochmal die Hochschulräte aufs Tapet zu bringen, als undemokratische Organisationsform, die nach unserer Auffassung natürlich auch die Wissenschaftsfreiheit und gemeint, und das ist der entscheidende Punkt, ist hier immer die Wissenschaftsfreiheit des Einzelnen, des Forschers, der Professorin, des Professors und der Studentinnen und des Studenten. Das ist damit gemeint. Und dafür hat der Staat eine Garantiefunktion, eine Gewährsträgerfunktion zu übernehmen, der nicht nachgekommen ist. Das sagt dieser Beschluss. Der Beschluss sagt auch des Weiteren, dass die Landesregierung jetzt bis 01.01.2018 Zeit hat, diesen Paragrafen 72 zu korrigieren. Wir finden, das ist ein bisschen zu lang, da warten wir auch nochmal eine Wahl ab und solche Sachen. Die Frage ist ja, was passiert mit zu akkreditierenden und zu reakkreditierenden Studiengängen in der Zwischenzeit? Will man dort weiter verfassungswidrig vorgehen? Und unsere Absicht ist es, diesen Antrag in den Hochschulausschuss zu überweisen, um ihn dort zu bespielen, damit die Landesregierung möglichst schnell zu einer Nivellierung ihres Gesetzentwurfes kommt. War das korrekt, Hilmar? Vielen Dank. gemeldet. Also da das keiner übernimmt, da das keiner übernimmt, vielen Dank, übernehme ich das, wenn es recht ist. Vielen Dank Joachim für die Vorstellung des Antrags. Ich glaube, es war klar und deutlich, das was du gesagt hast, und es geht jetzt darum, gibt es Rückfragen bezüglich dieses Antrags in seiner Einbringung? Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Dann bitte ich, oder, Olli? Ich sage nur, ich stehe inhaltlich voll hinter dem Antrag, das Einzige, womit ich mich mit Joachim und Hilmar gestritten habe, ist, ob das Bundesverfassungsgericht, des Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesverfassungsgerichts rumstehen muss. Aber ich, ja, habe mich überstimmen. Joachim, das war ein Plädoyer von Olli für das Genitiv S, was in dem Fall der offiziellen Sprachregelung zum Opfer fällt. War das gendertechnisch in Ordnung? Gendertechnisch ist der Olli immer korrekt. Das stimmt. Absolut richtig. Gut, gibt es weitere Rückfragen zu dem Antrag? Anmerkungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann bitte ich, abzustimmen für die, hinsichtlich der Einbringung dieses Antrags für die Hochschulpolitik. Nein? Ich habe noch mal Anmerkungen. Bitte. Frage an die Runde. Entsinnt ihr euch noch an mein Scharmützel mit Herrn Lindner? Herr Lindner, fragen Sie einen Piraten nie nach den Quellen? Ja, ja, kenne ich. Da ging es um den Text des schwarz-gelben Hochschulgesetzes, wo ich gesagt habe, dass Teile davon möglicherweise nicht in Düsseldorf entwickelt worden sind. Das hat also einen Zusammenhang zu dieser Anfrage auch. Ich habe die Szene im Plenum vor mir. Okay, dann lassen wir zur Abstimmung kommen. Wer ist für die Einbringung dieses Antrags für das kommende Plenum? Lukas auch nach leichtem Zögern einstimmig angenommen, dass dieser Antrag eingebracht werden möge. Ja, der Grumpy hatte das vorhin im Hinblick auf die Anwesenheit des Referenten vorgezogen. Ich denke, wenn wir vielleicht einmal hochscrollen, wir könnten dann mit der normalen Reihenfolge, so wie sie hier in der Tagesordnung aufgeführt ist, fortsetzen. Es wäre also als nächstes zum Aufruf. Der Antrag, das nordrhein-westfälische Parlament braucht eine fortschrittliche Debattenkultur, die den Erwartungen der Gesellschaft folgt. Neue Version von heute Nacht, soweit ich das überblicke, ist das die Version 05. Olli, korrigiere mich bitte. Olli, du hast das Wort. 05 ist richtig. Ich habe sowohl deinen Text diesmal genommen, als auch etwas Feedback von gestern, als auch natürlich das Feedback vom Freitag. Und es wurde noch einmal, oder beziehungsweise ich habe noch einmal etwas daran rumgebastelt. Das betrifft einzelne Formulierungen, das betrifft aber vor allem auch den Stellt-Fest-Teil, der also sozusagen zumindest bis auf Frage 3, also 1 zu 2 wurden umgedreht, zwei Dinge wurden gestrichen, weil sie im Grunde doppelt sind oder da nicht hinpassten. Und der Beschluss-Teil gefällt mir jetzt besser als vorher. Also auch mir besser als vorher. Es ist jetzt sozusagen eine Selbstverpflichtung. Ja, soviel dazu. Ich finde, den Freitag angesichts dieses Antrags hat man mir gezeigt, doch sehr, sehr sinnvoll, weil bei manchen Anträgen braucht man eben das Feedback und das Feedback kriegt man nicht über eine Mailing-Liste. Oder natürlich kriegt man das Feedback, wenn man zu den einzelnen Leuten hingeht, aber es ist immer schöner, wenn man das einmal kurz gemeinsam besprechen kann. Deshalb finde ich den Freitag für solche Anträge sehr gut geeignet. Ja, gibt es noch Anmerkungen, Feedback eurerseits jetzt hierzu? Dann antworte ich darauf. Ja, ich habe mich jetzt mal intern gemeldet. Olli, erst einmal vielen Dank für die unglaubliche Mühe, die du dir mit diesem Antrag vor dem Hintergrund einer ursprünglich persönlichen Erklärung gemacht hast. Da hängt natürlich auch viel persönliches Herzblut drin und hinter. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte zum Freitag aufgrund meiner notwendigen Abwesenheit in der Mambelsitzung ausführliche Anmerkungen zum Antrag gemacht. Teile meiner Anmerkungen hattest du berücksichtigt. Dafür danke ich. Gleichwohl, die grundsätzlichen Bedenken bleiben bestehen. Bauchschmerzen hatten mir insbesondere so ein bisschen das Mimimi im Hinblick auf das Präsidium gemacht. Weil Dinge und auch den Ältestenrat insofern, als wir ja ursprünglich einmal hier zu Beginn der Legislaturperiode eine GO-Arbeitsgruppe hatten, aus der heraus ja auch zahlreiche Änderungen im Hinblick auf die parlamentarische Darstellung eingeführt wurden, wie zum Beispiel die Kurzintervention. Aber auch im Hinblick auf die Sortierung der Rednerliste, das hat zwar in der letzten Zeit wohl ein bisschen wieder abgenommen, aber zwischendurch war es mal anders, sodass also da eine lebhaftere, auch außen wirksam lebhaftere Debattenkultur möglich war. Dennoch, ich bin durchaus der Auffassung, dass diese Angelegenheit zunächst in den Ältestenrat gehört, aber bin auch der Auffassung, dass der Landtag gerne einmal über sich selbst debattieren darf, vor allen Dingen vor dem Hintergrund eines Gutachtens, welches zwar aus meiner Sicht nicht die bisherige Außenwirkung erzielt hat, sie aber bekommen könnte und dann auch einen entsprechenden Blick auf das Parlament oder ein parlamentarisches Leben bietet. Dennoch, ich bleibe dabei bei der Auffassung, die Sache gehört dem Ältestenrat an erster Linie, an erster Stelle, auch was die Verwendung, die Erstellung beziehungsweise die Beauftragung des Gutachtens angeht. Soweit ich weiß, sind wir zwar, sind wir, nein, es ist ja bekannt, dass wir nicht im Präsidium vertreten sind, wir sind aber durchaus auch im Ältestenrat vertreten und haben dort nicht nur Rederecht, sondern auch Anantragsrecht und von daher weiß ich nicht, leider Gottes ist Grumpy jetzt auch nicht da und Michelle ist auch nicht da, ob und inwieweit das schon im Ältestenrat thematisiert und debattiert worden ist, erörtert, diskutiert worden ist, es wäre schön zu erfahren, ob dem so ist. Wenn das noch nicht so, Grumpy, weißt du, Entschuldige, dass ich dich direkt überfalle, weißt du, weil ich die Frage stelle, weißt du, ob dieses Gutachten und diese Debattenkulturgeschichte schon im Ältestenrat thematisiert worden ist? Spontan? Nein. Nein. Gut, also gut, wie auch immer, also dann bleibt das dabei, ich bin durchaus der Auffassung, dass das in den Ältestenrat gehört. Die Kritikpunkte, die der Antrag enthält, ich habe da jetzt auch in der fünften Version noch was gesehen, ich habe den jetzt leider nicht offen hier bei mir auf dem Bildschirm, aber da stand irgendwas von Mittelmäßigkeit. Mittelmäßigkeit im Zusammenhang mit den Anträgen der Herbeiführung von Beschlusslagen, Beschlüssen über Anträge und politische Inhalte. Wir möchten oder der Antrag möchte eine Kritik anbringen allgemeiner Natur am parlamentarischen Debattensystem. in dem wir drinstecken und welches wir bespielen. Und zwar in jeder Plenarsitzung bespielen wir es exakt so, wie es üblich ist und so wie es hier gehandhabt wird und wie es immer schon gehandhabt worden ist. Das heißt, was die darüber hinaus auch außerhalb des Plenums in Ausschüssen. Wir sind Bestandteil dieser Mittelmäßigkeit, die dort als Kritikpunkt angeführt wird. und da habe ich ernsthafte Bedenken. Es sei denn, wir sehen das auch als Selbstkritik, dann muss das aber auch tatsächlich so herauskommen, dann muss das auch aus meiner Sicht auch so da drinstehen, dass wir uns selbst da nicht ausnehmen. So sieht es aber so aus, wir sind die Piraten, wir sind ja die Schlauen und wir werfen das der Debattenkultur im Landtag Nordrhein-Westfalen vor, dass eigentlich in Mittelmäßigkeit versinkt. habe ich Schwierigkeiten mit. Also von daher, es gibt noch einige andere Anmerkungen, wenn ich die jetzt alle vortragen würde, die E-Mail ist unglaublich lang, das würde den Rahmen sprengen. Von daher, mein persönliches Credo ist leider immer noch, dass der Landtag am besten nicht über sich selbst beschließt. Das heißt, wir beschließen nicht darüber, wie wir die Debatten führen, sondern wir machen das in Arbeitskreisen und machen das von mir aus auch öffentlich, natürlich öffentlich, in Debatten und Diskussionen, nicht in irgendeinem Ausschuss. Denn der Ausschuss, die Überweisung in einen Ausschuss spricht im Prinzip auch gegen den Inhalt des Antrags. Denn in den Ausschüssen, die zwar überwiegend öffentlich tagen, findet aber doch vieles auch eben unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Das dürfen wir nicht vergessen. Egal, ob das im Hauptausschuss ist. Und ganz ehrlich, jetzt heißt es auch noch, soll es in den Rechtsausschuss. Ich frage mich, warum soll es in den Rechtsausschuss? Was hat das mit, was hat also die Debattenkultur des Landtags Nordrhein-Westfalen mit dem Rechtsausschuss zu tun? Die Frage muss ich einfach hier stellen, bevor ich mich dann abschließend entscheide, wie ich über den Antrag denke und wie ich dann abstünde und erstelle. War das jetzt eine konkrete Frage an Creon? Creon, kannst du antworten? Ich dachte, da kommt noch was. In den Rechtsausschuss geht es, weil in deiner E-Mail stand, ich hätte es gerne auch in den Rechtsausschuss. Das können wir gerne wieder anders machen. Also, von mir aus muss es nicht in den Rechtsausschuss. Ich wollte eigentlich nur, ich wollte aufmerksam sein und sagen, guck mal, ich habe deine E-Mail gelesen, es kommt in den Rechtsausschuss. Okay, also von mir aus muss es nicht in den Rechtsausschuss. der Michel hat ja auch Bedenken äußert, wenn es jetzt im Hauptausschuss ist, also es soll den Hauptausschuss, das ist klar, wenn es im Hauptausschuss ist, was machen wir denn, wenn wir im Beschluss teil, deshalb war der Beschlussteil ein bisschen anders, eventuell ein bisschen komisch, was machen wir denn, wenn der Beschluss, dass man sich nicht auf diese Werte verpflichtet oder ähnliches, wenn der abgelehnt wird und dann nachher können die Abgeordneten sagen, ja, wir haben doch genau das abgelehnt, ja, das ist ganz einfach, das darf man auch ruhig öffentlich sagen, dann bleibt der Antrag eben bis zum Ende der Legislaturperiode offen. Ältestenrat war natürlich das, was mir die Präsidentin direkt empfohlen hat, aber selbst die Präsidentin hat gemerkt, dass es wohl nicht meiner Intention entspricht, das in den Ältestenrat zu bringen, natürlich, im Ältestenrat sollte das debattiert werden, es war wohl im Ältestenrat, als Grumpy krank war, habe ich ja leider auch erst ein paar Tage später erfahren, aber es war im Ältestenrat kurz Thema, es wurde das Gutachten angesprochen, dann wurde ja gesagt, was Bichel hier uns allen verkündet hat, wir sollen bitte sehr darauf achten, bla bla bla, so, aber Stand des Präsidiums ist, warte mal, wenn ich jetzt letztes Mal im Plenum, das war eins der Argumente, wenn ich jetzt letztes Mal im Plenum das gehalten hätte, das Persönliches Statement dazu, hätten die Abgeordneten ja überhaupt nicht Bescheid gewusst und das wiederum ist für uns ein Hinweis, warte mal, im Ältestenrat ist das gar nicht richtig aufgehoben, im Ältestenrat kann man natürlich darüber sprechen, warte, gibt es nicht die Möglichkeit, Folgebutachten zu machen, auch welche Konsequenzen ziehen wir direkt da raus, das macht man alles im Ältestenrat, aber die Sache, dass damit jeder Abgeordnete Bescheid weiß, sollte man nichts im Ältestenrat machen, das geht da meistens nicht aus dem Ältestenrat raus, es sei denn, es gibt eine konkrete Entscheidung, es dürfen keine Laptops mehr verwendet werden oder es müssen zwei Laptops verwendet werden, irgendwelche Entscheidungen, die teilt dann der Fraktionsvorsitzende mit, sonst dringt es dann nicht zu den Abgeordneten und das hier ist allerdings eine Sache, wo wir ja gerne auch allen Abgeordneten sozusagen an diesem, nicht nur an dem Gutachten, an der Debatte teilhaben lassen wollen, deshalb sehe ich als einzige Möglichkeit einen Antrag der Zeit, irgendwie bin ich entweder nicht kreativ genug oder es gibt keine andere Möglichkeit, das sozusagen dann über das Plenum einzubringen, eine Fragestunde würde nicht so viel Sinn machen, eine aktuelle Stunde würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Natürlich, du hast selbst gesagt, der Landtag soll über sich selbst debattieren, warum nicht und das ist ein Thema, mit dem wir angetreten sind, das uns sehr, sehr wichtig ist, manche unserer Wähler würden sagen, es ist das wichtigste Thema, also gerade, wenn wir an die Protestwähler oder halben Protestwähler denken und es wäre schade, wenn wir dazu gar keinen Antrag haben, wir haben zwar einen Antrag zur Kremsererklärung, wir haben Anträge zur Verfassung und so weiter, wir werden wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch einen Antrag zur Verfassung machen, der abgelehnt wird, damit dann wir einen Volksentscheid fordern können, weil nur dann geht es, aber wir haben nicht, wir haben nicht sozusagen die Debattenkultur an sich stehen und eine andere Möglichkeit werden wir womöglich gar nicht haben, entsprechend die Debatte führen zu können, der Anlass ist einfach zu gut und ich glaube sogar, dass ich letztes Plenum schon versucht habe, eine persönliche Erklärung dazu abzugeben, verschafft uns da einen Stand, dass auch dieser Antrag ins Plenum kommt und nicht irgendwie dann doch wieder in den Ältestenrat umgeleitet wird. Mimimi Präsidium habe ich versucht dann rauszunehmen, das ist jetzt sozusagen in die Fußnote gewandert. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hätten, würde ich noch mal fragen, wo gibt es noch Mimimi, vielleicht ist dann meine Betriebsblindheit bezüglich dieses Antrags zu groß, sodass ich das nicht mehr gesehen habe. Jetzt brauchen wir da natürlich nicht unbedingt drin. Mimimi können wir an anderer Stelle machen. Mittelmäßigkeit ist für mich eigentlich ein toller Ansatzpunkt an die Debatte, die Nixus eben gerade skizziert hat, die die CDU und die FDP betreiben. Mittelmäßigkeit des Landes, da fragt man sich, woher kommt das? Ist das wirklich die SPD-Grüne-Regierung, die da Mittelmäßigkeit macht? Ja, aber hat es vielleicht auch insgesamt was mit der Politik Nordrhein-Westfalen zu tun und woher kommt es? Und das ist sicherlich nicht die Hauptquelle unserer Mittelmäßigkeit, aber wir arbeiten im Parlament leider nicht so lange an Dingen, bis es perfekt ist, sondern jeder kommt mit seiner vorgefassten Meinung schon rein und das muss nicht unbedingt immer die Beste sein. Ich möchte noch auf zwei Dinge hinweisen, was ich eben vielleicht vergessen habe. Es ist in die Version 4, also das, was ich am späten Nachmittag, frühen Abend rumgeschickt habe, nee, ich glaube, es war schon Abend, da sind schon noch Sachen reingekommen, zur Version 5 war nur noch Rechtschreibfehler, Korrektur, aber zur Version 4, also vom Freitag über das Wochenende sind auch zwei Dinge reingekommen, auf die ich hinweisen möchte. Das eine ist, in diesem Absatz mit der Mittelmäßigkeit steht auch noch ein Satz zur Verfassungskommission, wegen Aktualitätsgründe und bei Landtag steht fest, steht auch noch, steht jetzt ein bisschen anders als vorher, eine grundsätzliche Abwehrmauer gegen Entwicklungen, die aus der Innensicht lediglich unbequem oder gar aus strategischen Gründen inakzeptabel erscheinen, richtet sich immer auch gegen Offenheit, Transparenz und demokratische Beteiligung. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber ich möchte darauf hinweisen, dass es auch ein kleiner Hint, ein etwas größerer Hint vielleicht auch, Richtung dessen ist, sich gegen die AfD abzuriegeln und dadurch demokratische Prinzipien einfach mal sein zu lassen und zu hoffen, man überlebt darin, bis die Sache vorbei ist. Ich habe es absichtlich nicht direkt geschrieben, aber das ist der Hinweis darauf. insgesamt mag es eine bisschen kompliziertere Sprache sein, aber es ist ein Antrag, wir müssen es dann praktisch einfach übersetzen, wenn wir damit nach draußen gehen wollen. Ich glaube, entsprechende Ansätze sind auf dem Blackblatt ersichtlich. weitere Fragen an mir. Okay, danke Creon. Dann habe ich einmal Mario und dann glaube ich nur noch einmal abschließend Dietmar und dann können wir glaube ich zu den anderen Anträgen weiter übergehen. Bitte. Gleich zu Anfang stimmt bitte für diesen Antrag. Der Antrag, Creon hat das meiste schon gesagt, ist eigentlich aus meiner Sicht eines der Sachen, wofür ihr hier gewählt worden seid. Genau das anzusprechen. Es liegt in der Natur der Sache, dass man bestimmte parlamentarische Gegebenheiten nur im Parlamentarismus ändern kann. Das ist leider so. Ich bin ein großer Freund der repräsentativen Demokratie, aber finde direkte Demokratie auch gut. Lukas hat es eben schon angedeutet, im Präsidium behandelt worden. Na klar ist dieses Gutachten im Präsidium behandelt worden. Es ist da in Auftrag gegeben worden und danach besprochen worden. Klar, da waren wir jetzt nur nicht dabei. Warum nur? Wegen der hervorragenden Demokratie in diesem Landtag. Also bitte, bitte anders. Du hattest gefragt, Dietmar, ob dieser Antrag ins Parlament gehört. Ja, selbstverständlich gehört er dahin. Wohin denn sonst? Ja, ja, das war eine rhetorische Frage. Du hast das auch gemerkt. Entschuldige, ich wollte gar keine Antwort. Machen wir kurz die Rhetoriklampe an. Ja, genau. Und Ironie-Tek. Entschuldigung. Klingt verrückt, aber Demokratie und Bürgerbeteiligung kann auch in Parlamenten verbessert werden. Das geht. Ich bin sogar der Teilweise der Meinung, sie sollten dort verbessert werden, immer wieder, als ständig inhärente Aufgabe. Was die Mittelmäßigkeit angeht. Klar sind die Piraten Teil des Systems und Teil dieser Mittelmäßigkeit, aber sie haben es erkannt. Und diese Selbsterkenntnis positiv nach außen zu tragen, sagen, ja, wir sind auch mal schlecht, gar keine Frage. Und wir haben überhaupt keinen Ärger damit, das auch mal zuzugeben. Ich sehe nicht, wie uns das schaden könnte. Ganz im Gegenteil. Mal selbstbewusst zu Fehlern zu stehen, ist eine Kultur, die in der Politik nicht üblich ist. Und es wäre schön, wenn man das, eine positive Fehlerkultur mit den Piraten verbinden könnte. Entschuldige, ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln bei mir selbst. Und nichtsdestotrotz, klar müssen wir darüber diskutieren im Landtag. Und ich weiß von ersten Reaktionen auf diesen Antrag und beziehungsweise auf die Diskussion, dass das für die Menschen interessant ist. Und deshalb ist dieses Krähen, ich würde nicht auf Protestwähler zielen, weil man das immer schlecht kann, aber ich würde auf die zählen, die uns gewählt haben. Und deshalb noch mal bitte stimmen für diesen Antrag. Vielen Dank. Ich möchte sagen, danke Mario für deinen, ich sage mal, Parfumsritt durch all das, was Parlamentarismus möglicherweise ausmacht oder auch nicht ausmacht. Aber fangen wir mit den abschließenden Worten an, Mittelmäßigkeit von Politik und politischen Entscheidungen. Diese mag gegeben sein, ja, das mag man auch diskutieren können, im Rahmen des politischen Diskurses, der teilweise im Landtag stattfindet, der aber aus meiner Sicht nicht abhängig ist von der Debattenkultur. Die Debattenkultur, um die es hier in diesem Antrag geht, ist nicht die Ursache für die Mittelmäßigkeit von Politik oder politischen Entscheidungen. So sehe ich das. Da kann man gerne anderer Meinung sein. Sie ist ja teilweise, klingt sie auch in dem Antrag an, aber sie deckt sich in keinem Fall so, wie sie im Antrag steht, mit meiner persönlichen Auffassung. Was den Angang in Hinblick auf Demokratie und uns als Piraten innerhalb des parlamentarischen Systems, welches wir angenommen haben, in welchem wir uns befinden, in welchem wir, wie du selbst eben richtigerweise sagtest, wie es auch diese Fraktion eigentlich von 2012 an immer vertreten hat, dieses System nach Möglichkeit von innen heraus zu verändern. So gesehen wäre dieser Antrag richtig, so gesehen wäre vieles andere auch richtig. Ich möchte nur an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, Olli, auch in Bezug darauf, dass es dich höchstpersönlich betroffen hatte, nämlich auch, dass dieses Gutachten in Folge einer deiner Rittenbeiträge in Auftrag gegeben worden ist, nicht alleine nur darauf bezogen, aber eben das war zumindest der Anlass. Es ist eine höchstpersönliche Angelegenheit. Es wäre im Übrigen auch eine Angelegenheit der Fraktion, die in Hinblick auf das Prozedere, wie es sowohl von Präsidium als auch Ältestenrat, wie aber auch in Zusammenhang mit dem Gutachten oder mit der Gutachtenbeauftragung von stattengegangen ist und aber auch die persönliche Konnotation in Bezug auf den Abgeordneten Bayer justiziabel ist. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass wir an dieser Stelle eine hervorragende Klagemöglichkeit haben. Warum sollten wir das debattieren? Warum sollten wir es von innen heraus verändern? Wir könnten klagen. Wir könnten einfach klagen darauf, dass hier beispielsweise Steuern verschwendet werden, dass hier willkürlich auch zur Beschädigung des Ansehens von Abgeordneten oder klar einer Fraktion hier Gutachten in Auftrag gegeben werden mit zweifelhafter oder fragwürdiger Fragestellung. Und von daher gibt es also sicherlich auch noch andere Möglichkeiten. Nochmal, also wenn dieser Antrag im Plenum behandelt wird, bin ich tatsächlich gespannt, wie er zerrissen wird. Es wird wahrscheinlich kein Highlight werden, der Debattenkultur und des Debatten des Landtags Nordrhein-Westfalen. Aber bitte, das Votum der Fraktion ist da an dieser Stelle heilig. Danke. Der Abschlusssatz gehört in der Regel dem Antragsteller. Ich kann trotzdem danach noch was sagen, aber mein Abschlusssatz wäre, manchmal muss man auch nicht nur klagen, sondern reden. Oder manchmal muss man auch reden und nicht nur klagen. Okay, von daher würde ich sagen, können wir nun über die Einbringung des Antrags abstimmen. Wer der Meinung ist, dass wir diesen, wie ich finde, gut diskutierten Antrag ins Plenum bringen sollten, der möge dies nun per Handzeichen signalisieren. Dann, nein, dann frage ich nach möglichen Gegenstimmen. Und dann frage ich noch nach Enthaltungen. Bei einer Enthaltung wurde er angenommen. Vielen Dank. So, den nächsten Antrag hatten wir ja schon. Ohne Rechtsausschuss. Genau, wir nehmen jetzt halt nur noch den Hauptausschuss. Genau. Kommen wir kurz zum Handyverbot. Wir hatten diesen Antrag auch schon am Oh, Verzeihung. Das kurz bitte ich zu streichen. Wir hatten bereits vergangenen Freitag ebenfalls diskutiert gehabt, kein generelles Handyverbot an Schulen in Nordrhein-Westfalen ansetzen zu wollen. Von daher würde ich ganz gerne Moni das Wort geben. Ja, hier geht es um einen Antrag, der fordert, dass es kein restriktiv generelles Handyverbot an Schulen gibt. Es wird in einigen Schulen halt immer noch grundsätzlich verboten, Handys mitzubringen. Was zu diesen Listing-Situationen führt, dass Lehrer heimlich das Handy mit ihren Schülern im Unterricht benutzen. Olli hatte das auch erzählt. Wir hatten also mehrere Beispiele, wo er sagt, hey, wir nutzen das Handy für bestimmte Dinge, aber er dürfte es hier an der Schule keinem verraten. Es geht nicht darum, wenn ein Handy halt, sage ich mal, zweckentfremdet, nein, nicht zweckentfremdet, missbraucht wurde für üble Dinge, dass man dann nicht auch einschreiten kann. Aber generell erstmal alle Schüler unter Generalverdacht zu stellen, sie würden da irgendwie Unsinn mittreiben, das wollen wir nicht. Und das ist ein Antrag, der ist schon auch ein bisschen polarisierend, das soll er auch sein. Und ich glaube, dass er gerade junge Leute anspricht, weil das ist das, was wir auch immer wieder hören bei Schülergruppen, die einfach sagen, wir werden hier unter Verdacht gestellt, nur Blödsinn damit anzustellen. Und ich glaube, der tut uns gut, dieser Antrag. Ich würde den auch gerne für den nächsten Parteitag mit aufnehmen, ich würde den gerne mit in den Wahlkampf nehmen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der junge Leute interessiert. Und ich finde den gut, wichtig, richtig und möchte, dass er dem zustimmt. Joachim hat da noch eine Anmerkung zu? Ja, eine Anmerkung. Also ich finde den Antrag sehr gut. Vielleicht erinnert ihr euch, dass es zum Thema Handynutzung mal eine Podiumsdiskussion bei Hart, aber fair gab mit Christopher Lauer. Bitte? Ja, ja, ich habe mich damals auch geärgert. Ich möchte in dem Zusammenhang nur daran erinnern, dass am LVR-Zentrum für Medien und Bildung und am Westfälischen Landesmedienzentrum in Münster bei der LFM seit gefühlt 100 Jahren hochkompetente Kongresse zum Thema das Handy im Unterricht nutzen stattfinden. Und dort gibt es jede Menge geile Konzepte, was man damit machen kann. Daraufhin wird ja auch in dem Antrag kurz verwiesen. Ich wollte das nur noch mal anfügen. Jetzt hier diesen Rückschritt zu begehen von einigen Schulen und da Handyverbote auszusprechen, das ist ungefähr so, als würde man beim Wechsel von der Schriftkultur zum Buchdruck ein Leseverbot aussprechen, nur mal als Plädoyer. Okay, Moni nochmal? Ja, also du hast natürlich recht, das ist auch das Charmante an der Diskussion, weil die SPD fordert ja, bring your own device. Was ist denn das dann, wenn kein Handy, also sie sind selber da. Also deshalb auch absolut direkte Abstimmung. Nicht, ha, schön, dass wir mal darüber geredet haben. Die Zeit hier dessen, dass wir darüber reden und diskutieren, glaube ich, ist so langsam aber sicher hier vorbei. Die sollen einfach Stellung beziehen und Tacheles dazu reden. Deshalb direkte Abstimmung, Block 1. Aber auch noch mal die Bitte hier ganz ausdrücklich, das muss nicht Priorität 1 sein. Es ist aber wichtig, dass das, sage ich mal, irgendwann vor 14 Uhr stattfindet, weil da oben sitzen meistens morgens knapp 100 Schüler. Also das wäre eine coole Sache, wenn wir das irgendwo unterbringen könnten, wo die, ne, ich meine, ich rede natürlich nicht zum Publikum, Uli, mach dir da mal keine Sorgen. Ja, das war nur Spaß. Aber, ja, also ich sage mal, wenn da nachmittags um 5 dann der Kegelverein sitzt, die finden das dann nicht so aufregend, das Thema, wie das, was? Kurze, kurze Randbemerkung, weil man das jetzt gerade im Stream nicht hören konnte. Es war ein taktischer Einwurf, den ich jetzt nicht weiter kommentiere. Ich würde sagen, wir können diesen Antrag jetzt direkt abstimmen, zur direkten Einbringung bei einer direkten Abstimmung im Plenum. Wer sich gegen die Einbringung dieses Antrags ausspricht, möge dies nun anzeigen. Wer sich enthalten möchte, möge dies anzeigen. Das ist nicht der Fall. Vielen Dank für die einstimmige Annahme. Nächster Antrag. Das wird dann interessanter für die Kegelvereine und vielleicht auch für die Leute in Aachen gerade. Ein ganz harmloser Titel, ein interessanterer Inhalt. Ich werde diesen Antrag kurz vorstellen in Stellvertretung für Frank. Betroffene von Datenspeicherung in Fußballdateien benachrichtigen. Dabei geht es nicht um die Dateien der FIFA oder des DFB, sondern es geht um die Daten, die erhoben werden von den sogenannten szenekundigen Beamten, SKB. Einige verwechseln das gerne mit sachkundigen Bürgern. Das ist aber nicht der Fall. Diese Daten, die da erhoben werden, es gibt ja mehrere Datenbanken, die die Polizei da so führt. Dieser Antrag basiert oder ist eine Weiterentwicklung aufgrund einer kleinen Anfrage vom vergangenen Jahr von uns, wo auch die Presse entsprechend auch schon mal nachgefragt hatte an verschiedensten Stellen, was diese Datenerhebung betrifft, die die Polizei da so macht. Also man landet in diesen Dateien als Fußballfan auch eventuell oder als Eishockey-Fan, sofern man gar nichts gemacht hat, nur halt einfach, weil man mal kontrolliert worden ist. Und eventuell bei einem Beamten der Polizei aus irgendwelchen Gründen irgendetwas nicht passte. Es muss nicht vorkommen, kann aber vorkommen. Von daher hat zufälligerweise Schleswig-Holstein die Piratenfraktion dort ebenfalls einen solchen Antrag eingebracht und der wurde sogar angenommen. Im Zufolge nach die Polizei dort jetzt halt auch die Leute informieren muss, wenn sie in solchen Datenbeständen erfasst werden. Wir können schon jetzt davon ausgehen, dass natürlich es heißen wird, wir stellen uns wie immer gegen die Polizei. Nein, das tun wir nicht, sondern wir gehen davon aus und sagen, der Bürger hat ein Anrecht darauf, feststellen zu können, ob er erfasst wurde oder nicht. Hier gehen wir auch einfach noch mal hin und sagen, es ist dann auch die Pflicht einer Behörde, die Bürgerinnen und Bürger entsprechend zu informieren, dass sie erfasst worden sind. Und dies soll dieser Antrag nun mal regeln und klären. Soviel zu meiner Vorstellung. Gibt es Fragen? Dann kommt der, okay, die technische Vorlage. Ja, ja, kommt gleich. Moni? Ja, ohne mich inhaltlich auf diesen Antrag jetzt hier zu beziehen, hat es ja durchaus Kritik gegeben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nur eine formelle, sondern auch möglicherweise inhaltliche Kritik war, wo man halt noch mal darum gebeten hat, oder wo es eigentlich darum ging, dass man da eine Zusammenarbeit herbeiführt. Und Frank hatte ja auch gesagt, er wolle das noch mal irgendwie sich kümmern. Und man wolle da, ich hätte gern gewusst, ob das passiert ist und ob der Vorstand das irgendwie kommentiert hat. Für mich ist halt einfach die Frage, wenn so eine Kritik kommt, dass die immer so stehen bleibt. Keiner kümmert sich darum. Es wird irgendwie was getan. Ich finde das schwierig, weil jetzt sind natürlich auch Betroffene wieder nicht da. Und dann ist eine Diskussion schwierig. Aber ich habe einfach ein Problem damit, wenn es vielleicht berechtigte Kritik an Dingen gibt und niemand reagiert da einfach drauf. und man tut immer so, als sei überhaupt nichts gewesen und sagt, ja, ja, machen wir. Ja, deshalb hätte ich gerne gewusst, ob irgendjemand aus dem Vorstand weiß, ob es da im Kontakt eine Absprache gegeben hat. Sonst weiß ich halt nicht, wie ich das finde und wie ich da mich zu verhalten soll. Weil ich das eigentlich unschön finde, wenn ein Antrag über Monate zurückgezogen wird mit der Maßgabe, lass uns da noch mal zusammen dran arbeiten und dann zieht den einer plötzlich wie, zieht den einfach aus der Tasche und sagt, jetzt ist es, ich weiß nicht, was da gewesen ist, aber ich hätte gern gewusst, ob es da Infos gibt. Ich gehe gerade kurz geistig in mich. Ich möchte einen Vorschlag zur Güte machen. Er ist zeitlich jetzt auch nicht so dringlich. Wir könnten den meines Gedankens nach auch schieben, um den halt dann noch einmal final nachzuarbeiten, nachzubessern, um genau diese Punkte klären zu können, die du gerade angesprochen hast. Ich sehe da kein Problem. Oliver? Inhaltlich kann ich dem Antrag zustimmen. Ich muss mich ansonsten tatsächlich jetzt auf dich sozusagen verlassen, du hast ihn jetzt auch vorgestellt, beziehungsweise den, der ihn noch anpackt oder den jetzt einreicht. Das Vertrauen würde ich persönlich auch aussprechen, sozusagen das zu machen. Ich würde also sogar dafür stimmen, auch wenn ich jetzt nicht direkt formal weiß, wie das jetzt aussieht oder wenn ich ihn jetzt nicht im Entfassung angeschaut habe. Eigentlich wäre es ja schön, wirklich diesen Antrag drin zu haben. Auch vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass wir ein ganz entspanntes Plenum haben. Auch wir haben nicht so viele Anträge. Ich glaube fast, das könnte bei den anderen ähnlich aussehen. Wir werden vor allem ein paar grundsätzliche Anträge haben. Sozusagen zur Einleitung des Wahlkampfs, habe ich so ein Gefühl. Deshalb finde ich ihn gut aufgehoben im Plenum. Möglicherweise kann man ihn ja sogar einreichen und später wieder aus Tagesordnung rausnehmen, notfalls. Aber das ist natürlich immer doof. Also Olli, bei allem was recht ist, aber das vor dem Hintergrund der auch schriftlich mal formulierten Bedenken, die ja über die Meldungliste gingen und dem was, da sehe ich auch Moni teilweise ein bisschen als Proxy, nicht, okay, teilweise. Oder auch nicht. Gut, sei es drum, du hast diese Bedenken aber aufgegriffen, das wahrscheinlich oder sehr sicher sogar zu Recht. Sehe ich im Übrigen ähnlich. Und jetzt zu sagen, wir reichen ihm mal ein und dann klären wir das mal intern, ist ein bisschen schwierig. Ist schwierig, Leute. Also dann sollten wir vielleicht doch dem Vorschlag von Grumpy folgen, der da sagt, der Antrag ist nicht zeitkritisch und Olli das Argument von wegen Wahlkampf oder so, also das wäre im nächsten Monat auch noch gewährleistet, sprich im Mai, alles Neue macht der Mai, vielleicht kommt der Antrag nochmal in der neuen Version oder so. Ich weiß gar nicht so, dass ich ab dem Geburt war, dass die Phänomen Ja, vielleicht sollten wir einfach dem folgen, was Grumpy hier vorgeschlagen hat. Ich halte das für sinnvoll. Damit eventuell auch da organisatorische Klippen überwunden werden können. Zumal der Antrag nicht da ist, wie Nadjan zu Recht. Okay, wir haben 11.26 Uhr. Wenn es keine weiteren Wünsche, Anmerkungen, Ideen gibt, würde ich ganz gerne vorab abstimmen lassen, ob wir diesen Antrag noch einmal schieben sollen. Von daher. Wer sich dafür aussprechen kann, dass wir diesen Antrag noch einmal um einen Monat schieben, der möge dies nun anzeigen. Der Handzeichen. Wer der Meinung nicht ist, möge dies nun anzeigen. Das ist eine Stimme. Und wer sich enthalten möchte, das ist eine weitere Stimme. Bei einer Enthaltung und einer Nein-Stimme beschließt die Fraktion diesen Antrag für eine weitere Überarbeitungsrunde noch einmal um einen Monat zu schieben. Vielen Dank. Da habe ich jetzt tatsächlich vergessen, einen Punkt für heute vorzubereiten oder noch einmal nachzufragen. Und zwar der nächste Antrag ist theoretisch gesehen der BGE-Antrag. Da haben wir die finale Version. Okay, wir haben 11.27 Uhr. Das passt mir sehr gut. Ich würde sagen, wir machen bis 11.45 Uhr kurz Pause und ich schnappe mir, ich glaube, das ist nämlich auch der letzte Antrag, den wir noch abstimmen müssen. Dann schnappe ich mir nämlich noch einmal kurz den Referenten und frage mal gerade nach, was da durcheinander gelaufen ist. Also machen wir eben kurz Pause bis 11.45 Uhr. Bis gleich. Ich habe im System noch einmal nachgeschaut. Es ist der bereits beim letzten Mal geschobene Antrag Entwurf von Daniel Düngel, den wir auch schon besprochen hatten. Wer den Antrag noch einmal jetzt gerne haben möchte, zusätzlich kann ihn sich gerne hier eben bei mir abholen. Ich sage noch einmal ganz kurz zu dem eigentlichen Antrag, erläutere ich noch einmal ganz kurz, worum es geht. Der Beslussteil ist nämlich, wie mehrfach besprochen, sehr kurz, sehr knapp und sehr intensiv gehalten. Entschuldigung, worüber sprechen wir gerade? Auf Verzeihung, es ist der letzte Antrag, der jetzt noch abzustimmen ist. Das ist der sogenannte BGE-Antrag, der sich mit der Möglichkeit der Prüfung und der Einführung, falsch nicht der Einführung, sondern mit, ach, sagt schon, ich lese es ganz einfach mal vor. Ja, aber natürlich. Und zwar heißt es, der Landtag beschließt, die Landesregierung aufzufordern, eine Bundesratsinitiative zu starten, mit dem Ziel, dass auf Bundesebene eine Volksabstimmung über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens stattfinden kann. Zusätzlich gibt es im Feststellungsteil zwei Absätze, die halt auch der Erläuterung dienen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland ist zeitgemäß und realisierbar. Die verschiedenen Modelle gilt es, öffentlich zu diskutieren und in einen Entscheidungsprozess zu bringen. Teil A, Teil B besagt, das bedingungslose Grundeinkommen muss zur auskömmlichen Finanzierung des menschlichen Grundbedarfs und zur Teilhabe am öffentlichen Leben ausreichend sein. Die Höhe muss daher weit über der heutigen Armutsgefährdungsgrenze liegen. Wie gesagt, der eigentliche Beschluss geht halt dahin, eine Bundesratsinitiative zu starten, mit dem Ziel, eine Volksabstimmung herbeizuführen. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich, dass halt diese gesamte strittige inhaltliche Debatte, welche Form, welche Art, ist alles davon ja explizit nicht vorweggenommen, sondern soll mit in diesen Entscheidungsprozess einfließen. Gibt es hierzu Rückfragen? Wir hatten diesen Antrag ja nunmehr mehrfach in der Schleife, mehrfach in der Diskussion. Creon, bitte. Gibt es jetzt Änderungen vom letzten Mal? Das ist die Version, wie sie nunmehr, schon nach dem letzten Mal auch geschoben worden wurde, wie sie nach einer Überarbeitung durch Daniel Düngel am 8. März eingereicht worden war. Gibt es weitere Anmerkungen diesbezüglich? Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich abstimmen lassen, ob wir diesen Antrag in diesem Plenum einbringen wollen. Ich finde es sogar gar nicht so unpassend. Der 1. Mai steht vor der Tür. Von daher, wer der Meinung ist, dass wir diesen BGE-Antrag so einbringen in diesem Plenum welches Verfahren sind. Welche Ausschüsse? Achso, Verzeihung. Bitte was? Das klären wir ja alles nächste Woche. Im Laufe dieser Woche bis nächste Woche. Muni, bitte. Ja, wir hatten ja auch bereits über Ausschüsse gesprochen. Wir hatten auch sogar schon darüber gesprochen, wer dazu redet. Und wir haben gesagt, wir wollten ihn ernsthaft spielen, und zwar ernsthaft in vielen Ausschüssen. Also ist es ja an den Leuten zu sagen, hey, ich will den haben. Also Arbeit, Gesundheit, Soziales ist, glaube ich, selbstverständlich. Ich weiß, dass Kinder, Familie, Jugend gesagt hat, sie wollen da mit drauf. Und dann ist es ja, sage ich mal, eure Sache zu sagen, ich glaube, den bei uns gut aufgehoben. Wir wollen da bei uns im Ausschuss auch zu diskutieren. Das kann ja selber mal eben jeder in sich gehen und sagen, das macht Sinn oder das macht keinen. Dietmar, bitte. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es liegt daran, dass sich einerseits jeder so ein bisschen für zuständig hält, andererseits aufgrund von vielleicht Bescheidenheit irgendjemand vergessen hat, sich wirklich den Hut dafür aufzusetzen. Nein? Also mir fällt jetzt keiner ein, der sich wirklich nachhaltig mit Werbe diesen Hut aufsetzt für diesen Antrag. Vielleicht irgendwie da, wo ich es nicht mitbekommen habe. Das will ich nie ausschließen. Aber allein die Tatsache, dass ich es nicht mitbekommen habe, spricht eher dagegen, dass sich jemand wirklich namhaft den Hut aufgezogen hat. Und das bedauere ich etwas. Jedenfalls aus den Bereichen, in denen dieser Antrag dann federführend beraten werden soll. Und von daher, da keiner hier ist, der sagt, ich und keiner schreit und auch keiner in der Zurückliegendenzeit wirklich die Faust gehoben hat oder die Hand, habe ich so ein bisschen ein Problem, diesen Antrag jetzt in dieser Weise heute einzubringen und dann eben zu forcieren. Danke, Dietmar. Nico? Danke. Ja, in der Tat ist es Teile, die das bedauern, was Dietmar da zum Ausdruck gebracht hat, was die Bearbeitung des Antrages angeht und wenn wir jetzt über das nächste Plenum sprechen, wenn wir davon ausgehen, dass wir kein umgekehrtes Verfahren haben, sondern jetzt die Beratung im Plenum mit Ausschussüberweisung und wir jetzt hier einen federführenden Ausschuss festlegen und dann nicht sicher sein können, dass wir dann noch einen Redner haben, was mit dem vorgenannten Problem im direkten Zusammenhang steht, ist es tatsächlich an der Stelle ein bisschen schwierig, den jetzt so zu bringen. Ich schlage vor, dass wir den abstimmen inhaltlich und auch einbringen und dass du dann den Auftrag hast, das parlamentarische Verfahren zu klären und notfalls müssen wir dann vielleicht in andere Konstellationen in einem nächsten Plenum bringen. Ganz ehrlich, schieben geht immer. Ich lasse jetzt gerade, netterweise guckt Dirk gerade ganz kurz was nach. Von daher, für die Stärkung der partizipativen Möglichkeiten in diesem Land spreche ich mich ja schon sehr lange aus und ich sehe diesen Antrag in seiner Breite definitiv aus diesem Grund im Hauptausschuss angesiedelt, zusätzlich in den anderen Ausschüssen mitberatend und würde dies auch so entsprechend vertreten können. Dies nur als Vorschlag. Wir haben viel Beschäftigten Lindners Laschets im Hauptausschuss aber ein bisschen grundsätzlicher muss ich leider werden. Ich habe glaube ich beim letzten Mal sogar auch dafür gestimmt den Antrag in das letzte Plenum einzubringen weil ich dachte er wird auch nicht mehr besser. Das denke ich heute noch viel mehr. Was nicht heißt dass er schlecht ist sondern dass ich denke dass die Fraktion als Ganzes an diesem Antrag gute Arbeit geleistet hat. Jetzt kommt das Problem dass trotzdem stimmt was Dietmar sagt und was sehr schade ist für diesen Antrag. Es macht mir natürlich viel mehr Spaß im Antrag vor allem wenn er eine gewisse Bedeutung ausstrahlt und wenn er wichtig ist für die Partei zuzustimmen wenn jemand dahinter steht der jubelt und sagt ich mache das ich werfe mich da rein und werde dafür sorgen dass das Ding Erfolg wird und wenn ich persönlich jeden der wissen muss dass es diesen Antrag gibt anspreche und wenn ich persönlich hier in der Fraktion tingeln muss damit jeder weiß wie wichtig dieser Antrag ist und was er dafür tun kann und positives Beispiel ist hier Joachim mit der großen Anfrage wir alle fanden das wichtig aber er hat sich reingehängt und bei diesem Antrag ist das irgendwie natürlich jetzt hier in dieser Runde irgendwie natürlich ein bisschen seltsam wir wissen alle dass viele Referenten und wir insgesamt daran gearbeitet haben viel diskutiert wurde und trotzdem steht hier gerade niemand und sagt und ich werde das steht da voll hinter und werde dafür sorgen dass dieses Thema voll gepusht wird wenn dieser Antrag jetzt ins Plenum kommt dann geht es richtig ab und ich weiß hier gibt es einige die würden jetzt sagen ich gucke jetzt Marc an ja klar mache ich doch aber bei dir ist es halt nicht prior 1 weil es nicht prior 1 sein kann weil so viel anderer Kram rumliegt und bei mir würde es jetzt auch zutreffen und bei vielen anderen ja auch ich würde trotzdem für diesen Antrag stimmen um die Leute die für diesen Antrag stehen raus zu locken ich muss das nochmal da holen ok ja Nico entschuldige Nico ja nur damit hier kein falscher Zungenschlag entsteht bei der Aussage von wegen ob hier ob es hier Leute gibt die für diesen Antrag stehen und dafür brennen also ja die gibt es und die sind auch dafür verantwortlich dass der Antrag eigentlich bereits im Januar im Großen und Ganzen so wie er jetzt hier vorliegt schon geschrieben wurde und es ist eben leider auch so dass das nicht aus dem jetzt dann federführenden Bereich kam dieses Engagement das ist das Problem vor dem wir vor dem wir hier stehen und das ist ein grundlegendes Problem und da muss sich die Fraktion halt mal fragen wie sie sich dazu insgesamt positioniert und ich möchte halt den Mitarbeitern halt danken die da Initiative gezeigt haben und ich finde es halt ein bisschen schade wie wir hier in dieser Runde mit diesem Engagement bislang umgegangen sind wir haben jetzt bald Mai der erste Mai steht vor der Tür und eigentlich würde sich dieser Antrag jetzt würde sich wieder ein Diskussionsfenster öffnen wo man dieses Thema gut platzieren kann wir haben wir haben gerade wieder Massenproteste in Duisburg erlebt wegen Stahlwerken und ähnliche Diskussionen wo man sagt so Industriestandort NRW was ist was ist damit los und wie gestalten wir hier unsere Zukunft am Industriestandort NRW reicht es wenn wir da einfach zwei Ziffern und einen Punkt dazwischen hinter Industrie dranhängen oder sowas anderes für erforderlich und insofern ist das schon schade wie wir mit diesem Thema bislang hier umgegangen sind und es ist sehr schön was war dass wir jetzt überlegen geben wir das federführend in den AGS oder vielleicht in den Hauptausschuss witzigerweise die Sprecher in diesen Ausschüssen sind heute nicht da ich lasse es dabei genau und auch wenn halt aus gesundheitlichen Gründen einzelne Leute nicht da sein können sind wir dennoch beschlussfähig und ich sehe persönlich keinen weiteren Grund dieses Thema noch länger zu schieben und von daher würde ich sagen kommen wir nun zur Abstimmung und wie Nico es auch vorgeschlagen hat werde ich im Anschluss wir können ja immer noch die jeweiligen zusätzlichen Ausschussüberweisungen nachträglich ändern da spricht ja nichts gegen würde ich das dann jetzt so abstimmen lassen jetzt gibt es noch eine letzte Anmerkung von Dietmar Danke Olli hat das eben so nett als Einreichung dafür dass sich irgendjemand provoziert fühlt oder jemand herausgelockt wird das alleine zeigt ja bestätigt mich klar mich würde in dem Kontext auch vor dem Hintergrund des von dir Olli erwähnten Erfolgs also Anfangserfolgs der Großen Anfrage interessieren vor einer Abstimmung inwieweit denn in diesem Zusammenhang ein Öffentlichkeitsarbeits Konzept vorliegt ja Entschuldigung ja also ich erinnere an die Diskussionen um die Öffentlichkeitsarbeiten zusammen mit der Großen Anfrage dem BGR Antrag würde ich noch mit Verlaub Joachim nimm es mir bitte nicht übel deutlich über die Große Anfrage stellen thematisch inhaltlich und dieses geschieht dann jetzt mit einer Einreichung heute ohne dass in irgendeiner Form zumindest mir wiederum nicht bekannt ein Öffentlichkeitsarbeitskonzept auf dem Tisch liegt welches dann mit dem heutigen Tage mit Gong Stichtag oder hier Fristende oder Frist für die Einreichung des Antrags zieht dazu hätte ich gerne mal etwas gehört Mario bitte ich habe den Antrag überflogen und habe auf mich vielleicht mein Fehler ich bin auf niemanden zugegangen vielleicht mein Fehler das bedeutet immer ich habe keinen Fehler gemacht nein ich bin also auf niemanden zugegangen es ist aber auch niemand auf mich zugekommen ich weiß dass aus den Referentenrunden dass der bei den Referenten ganz wichtig ist also dass das auch was hat und es ist natürlich ein Thema das für die Piraten wichtig ist ich habe eben darüber nachgedacht ob ich mich zu Wort melde wollte das aber nicht machen es gibt also überhaupt keinen um die Frage ganz klar zu beantworten es gibt keine Idee darüber wie wir das öffentlichkeitswirksam verarbeiten könnten es gibt keine Strategie dafür meinerseits es gibt nicht mal eine Idee ich kann deine Intention verstehen das so zu machen bin mir aber nicht sicher und deshalb ich kenne einfach diesen monatelangen Verlauf dieser Diskussion nicht und deshalb fällt es mir persönlich schwer jetzt so einen allgemeingültigen Vorschlag zu machen ohne mich darauf zurückzuversichern und mit Referenten zu sprechen die daran beteiligt waren das würde ich halt gerne machen bevor ich irgendwie eine Skizze aufwerf und sage so und so könnten wir es machen grundsätzlich ist strategischere taktische Pressearbeit immer besser als aus dem hohen Bauch raus das muss ich niemandem erzählen das wisst ihr nach über vier Jahren hier oder fast vier Jahren ich habe tatsächlich momentan keine Idee aber das kann man lösen aber tatsächlich würde ich es grundsätzlich für gut halten wenn wir damit einen Kopf wie hast du es vorhin gesagt jemand der sich mit Werbe den Hut aufsetzt das fand ich einen sehr schönen Griff es ist immer leichter ein Thema über einen Kopf zu transportieren wenn wir jemanden haben der da bedingungslos für gerade steht und authentisch ist und das mit Herzblut vertritt so wie zum Beispiel Joachim seinen Bertelsmann Antrag dann kommt das auch an bei den Menschen bedingungslos muss sein wegen BGE also ich glaube man kann das noch heilen aber besser wäre eben auch möglich ich möchte aber keine ich möchte es ja nicht also es gibt kein Konzept man kann eins erstellen sollte eins erstellen man sollte das konzeptionell aufsetzen das ist aber noch machbar jetzt hat sich noch Hilma zu Wort gemeldet es gab so ein Konzept mal weil es gab ja mal eine BGE Aktionswoche was auch immer da mal geplant war wir hatten eine Podiumsdiskussion dazu dafür war der Antrag gedacht ja ja so dass es da eine klare Kommunikationsebene gab nämlich alles eingebettet in diese Aktionstage Wochen ETC ich will den Vorschlag den Nico gemacht hat den fand ich jetzt gut aufgreifen es dürfte doch eine Kleinigkeit sein ungeachtet davon wer da redet meiner Auffassung nach muss der Fraktionsvorsitzende dazu reden Punkt dass der Zusammenhang hergestellt ist so weil es ein originäres Piratenthema ist was hier zu transportieren ist oder und oder jemand aus dem Vorstand mir egal wer oder Dietmar mir auch egal aber jemand der der dementsprechend dort ich sag mal die Power entwickeln kann nämlich das aufgreifen was du sagst gestern Demonstrationen wie ist unsere Antwort auf Veränderungen in der Industriepolitik und so weiter und so weiter damit einhergehen brauche ich alles nicht erklären das wissen wir alles da im Hinblick auf den ersten Mai das als Debattenbeitrag dazu zu bringen und ich glaube die Redeleistung werden wir im Plenum wohl hinbekommen das miteinander zu verknüpfen und dann haben wir unsere Kommunikationsstrategie nämlich die hin geht zu raus zum ersten Mai raus um für das BGE zu streiten das wäre für mich so die Schlagwörter die man dort benutzen müsste um genau das aufzugreifen was wir damit auch erreichen wollen eigentlich ungeachtet der Tatsache dass ich da na egal lassen wir das gut ich möchte nur auf die Zeit verweisen Nixus Moni Mario und dann denke ich mal sind wir soweit ja ich möchte es auch kurz machen entstanden war die Idee wie so einige in den Kernarbeitskreisen und der Anlass war dass in der Gesellschaft also in verschiedenen Medien BGE auf einmal diskutiert wurde ich weiß nicht wer es alles war hier der Postvorsitzende Vorstandsvorsitzenden hat es gebracht Telekom Vorsitzende Entschuldigung davor war es noch wo jetzt war kürzlich ein Artikel in Welt glaube ich ein großer Artikel die das positiv bewertet hat also es tut sich was in diesem Zusammenhang und das war aus unserer Sicht der Ansatz dass wir das jetzt endlich mal wieder aufgreifen es ist nicht die letzte Chance aber es war halt so der richtige Einstieg jetzt wo es in der Gesellschaft eh diskutiert wird auf einer Ebene die in Teilen Neues diskutiert wird endlich mit unserem ich sag jetzt nicht Kernthema mit einem Thema mit dem wir allemals identifiziert wurden im Wahlkampf 2012 egal wie sehr die Partei dafür stand oder nicht stand es ist sehr viel darüber gelaufen in unserem Anspruch eine auch sozialpolitisch gut aufgestellte Partei zu sein also ich würde mir zumal und die Kritik von Dietmar teile ich ja dazu gehört immer ein gutes Konzept das dann tatsächlich auch entsprechend in die Medien zu bringen aber wenn Mario sagt es ist heilbar wenn es auch besser wäre sowas strategisch deutlich früher vorzubereiten würde ich mir jetzt auch im Hinblick auf den ersten Mai dringend wünschen dass der Antrag eingebracht wird und gegebenenfalls dann auch auf der zentralen Veranstaltung nochmal bespielt wird vielleicht kommen wir sogar mal aufs Rednerpult whatever hier in Düsseldorf ist natürlich auch immer zum ersten Mai die große Veranstaltung im Gewerkschaften ich weiß dass wir vom KV Düsseldorf zum ersten Mal deutlich besser platziert sind da also das würde sich auch anbieten das zu verbinden aber ich hoffe dringend der wird jetzt endlich mal eingebracht und dann tun alle ihr Bestes dass er auch so bespielt wird wie es verdient hat ja Unterstützung also wir haben seit Januar Februar den Antrag hier liegen der hätte längst da sein müssen und wenn wir den dieses Mal nicht stellen dann werden wir in vier Wochen wieder hier sitzen und sagen Hu Überraschung nächste Woche ist Plenum sind wir wahrscheinlich keinen Schritt weiter wir haben wir haben das alles besprochen wer dazu reden kann in welche Ausschüsse das geht ich weiß tatsächlich nicht was da jetzt noch passieren soll und ey das kriegen wir irgendwie hin und ich finde das gut wenn Michelle das da in die Hand nimmt dann gucken wir einfach in welchen Ausschüssen wir das bespielen und ich finde jetzt auch das ist der richtige Zeitpunkt weil es ist nächste Mal nicht besser wir sitzen wieder hier und es sind Leute nicht da und es passiert ja nichts Mario ich wollte mich eben noch mal rückversichern weil sich die Frage sich mir eine Frage gestellt hat die jetzt ein bisschen taktischer Natur ist und ich weiß nicht spricht man sowas öffentlich ab können wir wie viele Zuhörer haben wir im Stream ok ich betrachte mich also jetzt nicht öffentlich hier gerade ich weiß nicht ob es nicht rein von der Taktik her interessanter wäre das ins Maiplenum also den Beschluss zu fassen und so weiter alles den ins Maiplenum einzubringen um dann vor dem 1. Mai die Ankündigung den ganzen Kram zu machen die ganze Pressearbeit vor dem 1. Mai zu machen mit Kopf mit allem drum und dran den 1. Mai abzuwarten und eine Woche später im Plenum die ganzen Sonntagsreden zum 1. Mai aufzugreifen wo es um Menschenwürde geht in der Arbeit wo es wir wissen ja schon was gesagt werden wird am 1. Mai um das dann aufzugreifen und das Ganze auch vielleicht ein Stück weit zu entlarven als Besitzstandswahrung als das Übliche als keine Abkehr vom System denn das BGE wäre ja eine Abkehr vom System rein aus taktischen Gründen also gerne den Beschluss fassen und dann aber ich überlege gerade und ich würde gerne mir wünschen wenn ihr mir kurz was dazu sagt also sprich die Pressearbeit im Hinblick auf den 1. Mai zu machen 1. Mai abwarten und dann im Maiplenum das alles aufgreifen wäre das was oder haltet ihr es für absurd Moni ich halte das für sinnvoll wenn du jetzt sagst ich mache ein Konzept und dann steht da tatsächlich irgendwie was wenn du jetzt sagst du nimmst dir den Hut da in die Hand und wir arbeiten da irgendwas aus dann glaube ich kann ich damit leben wenn aber dann ganz klar ist der kommt im Mai aber diese Diskussion dieses von A nach B nach C verschieben das bringt uns überhaupt gar nicht nach vorne also dann muss klar sein da steht dann dann steht da ein Konzept hinter was dann tatsächlich auch umgesetzt wird und das wäre für mich aber tatsächlich das letzte Datum also jetzt nicht im Mai überlegen wir wieder warum das irgendwie blöde ist und weil ich sag mal es geht ja auch mit Anhörung es geht ja auch doch weit ins Jahr rein und ja Uh, okay es war ja eine konkrete Frage dann erst Creon dann bitte Dietmar Der Vorteil es vor dem ersten Mal zu machen ist dass die Anstrengungen nicht so groß sein müssen dürfen gerne aber sagen wir so es funktioniert auch mit sozusagen wenn sich Einzelne bei sich vor Ort bei den Initiativen und sowas die es immer auch vor Ort gibt also zum BGE gibt es ja zahlreiche Initiativen die ganzen kirchlichen Verbände Sozialverbände viele haben so ein BGE Part bei sich im Programm ja ich sag jetzt auch mal Programm also bei sich in den also viele Vereine und sowas setzen sich dafür ein auch unter anderem neben zwei anderen Themen und die bringen das auch zum ersten Mal durchaus mit an ihre Stände wenn es jetzt darum geht dass unser Antrag im Grunde einen gewissen Impact haben soll ist es ja einfach ihn vor dem ersten Mal zu stellen dann können nämlich egal wer es ist auch Leute die außerhalb dieser Piratenfraktion stehen aber auch einzelne Abgeordnete beim ersten Mai oder vor dem ersten Mai zu ihrer von mir aus auch Lokalredaktion aber vor allem auch zu den einzelnen Initiativen zu den Ständen gehen und sagen guck mal wir haben diesen Antrag eingebracht was haltet ihr davon ein bisschen quatschen und vielleicht zu einer Diskussionsabend einladen oder umgekehrt zum Diskussionsabend eingeladen werden das ist also eher was für die für die Arbeit außerhalb der breiten Öffentlichkeit aber es bringt was dafür ist ein Antrag vor dem ersten Mai erforderlich wenn man die Strategie fährt nach dem ersten Mai das aufzugreifen vorher anzukündigen wird man an den ganzen Ständen die in verschiedensten Orten läuft das alles ein bisschen anders aber viele Piraten sind am ersten Mai draußen und wenn sie nicht gerade bei einer Anti-Nazi-Demo sind werden sie auf so einer Veranstaltung sein wo es so Ständen gibt und wo BGE ein Thema ist wird man da nicht so viel machen können es sei denn wir haben vielleicht noch einen Flyer vorbereitet wobei es im Flyer immer schwierig ist mit Partei und Fraktion es sei denn man brieft die vorher okay aber dann muss halt sozusagen das Landesweite einschlagen ich stelle mir das schwieriger vor und es benötige einen gewissen Aufwand deshalb finde ich es jetzt schade dass Michelle nicht da ist und sozusagen ein Machtwort sprechen kann und sagen kann nee ich mache diesen Aufwand ich stehe dahinter ich tendiere momentan dazu es vorm ersten Mai einzureichen kurzer Einwurf von Michelle weil er kann ja jetzt aus seiner Sitzung heraus wo er da gerade ist nicht telefonieren Zwischenstand weil er halt einfach nur sagte haben wir eine Mehrheit dann ja Punkt also sein Votum wäre demzufolge nach Einbringung jetzt geht uns ein bisschen die Zeit flöten also Dietmar Hilmar ich tut mir leid danke für den Hinweis Grumpy dass Michelle von irgendeinem Tisch sagt ja er sei für Einbringung er nimmt an Diskussionen nicht teil und kommt dann mit irgendwas um die Ecke ey darum geht es doch jetzt gar nicht wenn ich das schon höre von wegen Machtwort und so ja und jemand nimmt nicht an Diskussionen teil will aber gleichzeitig unter Übergehung und Umgehung aller Argumente mal eben kurz vom Tisch sagen ja ja bringen wir aber jetzt mal ein sorry geht so gar nicht aber ich bin für folgendes dann warte einfach mal an Vorschlag wenn es darum geht einen Antrag einzubringen diesen aber nicht vor 1. Mai hier zu debattieren damit er nicht vorher schon in den Ausschüssen untergeht wäre es natürlich auch eine Möglichkeit diesen Antrag morgen einzubringen gleichzeitig ja morgen morgen fürs nächste Plenum nur mal so ganz nebenbei dann könnte ist die Spanne dann ist die Spanne in der auch konzeptionell pressetechnisch die Sache aufgegriffen schon aufgegriffen werden kann von mir aus damit Köpfen ist größer und es ermöglicht dann in einer Debatte im Mai den 1. Mai wie es auch ein Vorschlag hier war gleichzeitig mit aufzugreifen zu verarbeiten und er ist präsent er ist dadurch präsent wenn er nämlich nächste Woche Mittwoch vor 1. Mai zwar hier im Landtag debattiert wird und bis dahin das Konzept nicht vorliegt und bis dahin der Kopf auch nicht da ist dann habe ich da so ein bisschen Bedenken ganz einfach also deswegen ihn heute dahingehend abzustimmen dass er im Mai eingebracht wird das können wir ja auch tun dann gibt es nämlich auch nicht mehr die Diskussion die Moni eben meinte in einem Monat dann wieder dass wir da wieder diskutieren ob er eingebracht wird wir können doch heute beschließen dass er im Mai eingebracht wird da spricht doch aus meiner Sicht nichts gegen was aber eben nicht heißt dass wir ihn heute einreichen für nächste Woche sondern beispielsweise morgen dann ist die Frist ja vorbei für Mai schon vorgezogen einreichen und dann auch dann ist der Antrag im System dann ist der Antrag auch für das Plenum im System und wir können ihn genauso bespielen als wenn wir heute sagen wir reichen ihm nächste Woche ein im Plenum um ihn im Plenum zu debattieren Hilmar Niko wir haben maximal noch acht Minuten weil wir müssen ja noch die Dinger durchs Gebäude tragen gut also ich bin plädiere nochmal dafür den Antrag jetzt einzureichen ich finde auch die Argumentation Richtung 1. Mai ist völlig unerheblich wir haben die die klare Positionierung der Piraten ist klar pro BGE als Antwort auf das ist sogar hier schon in dem wie ich schon immer so gerne sage in dem eigentlichen Grundsatzpapier also dem Entschließungsantrag klar die Antwort auf die digitale Revolution formuliert ich sehe wie gesagt keinen Vor- und keinen Nachteil das irgendwie jetzt an einem Kommunikationskonzept scheitern zu lassen die die Argumentation ist aufgrund des Antrages klar Flyer ETC können noch bis zum 1. Mai auch für Infostände erarbeitet werden es geht da um Informationsmaterial zum BGE kann ja auch die Fraktion irgendwie produzieren und kann theoretisch auch verteilt werden weil es ja ja basierend auf dem Antrag genau und dafür wäre es dann cleverer den vor dem 1. Mai einzubringen weil wir das dann noch produzieren können was eine klare Kommunikation dann wäre Punkt Nico Danke Ja ich fand Olivers Argumente überzeugend kann mich auch dem anschließen was Hilmar gerade gesagt hat ich glaube nicht dass es was bringt irgendwie jetzt oder morgen einen Antrag einzureichen und nicht aufzurufen darauf kommt es ja an wenn er da irgendwo quasi hier in der Parlamentsschublade schlummert das mag dann hier vielleicht für die Insider von Interesse sein aber das kann nicht die Außenwirkung entfalten die wir aber für den 1. Mai bräuchten darauf kam es Oliver ja an und ich glaube von daher ziehen wir da mehr Vorteile drauf ist da raus wenn wir es so machen wie Oliver gesagt hat wir gehen jetzt damit raus in dieses Plenum wenn wir jetzt einen Redner haben wenn Michelle sich geäußert hat dann sind ja meine Bedenken in der Hinsicht ja auch zerstreut und gelten nicht und insofern dann mit Volldampf jetzt das Thema mit dem entsprechenden Werf vom Vorsitzenden angehen dann hat das das auch die entsprechende Bedeutung das ist eines unserer Themen für die wir stehen und wir haben jetzt dieses Öffentlichkeitsfenster was uns zur Verfügung steht und dann interessiert es tatsächlich auch einen Journalisten ob wir also ob wir da was an der Hand haben wenn wir den tatsächlich gestellt haben und es gibt auch schon eine Plenardebatte dazu wenn wir denen sagen ja hört mal wir haben da was das kommt vielleicht demnächst mal und so ja das hat keinen wirklichen Nachrichtenwert und so können wir sagen mit den Journalisten sprechen und wir haben am Infostand gegebenenfalls dann auch darauf aufbauend Informationsmaterial und können das den Leuten an die Hand geben deswegen plädiere ich auch dafür go dieses Plenum und Michelle soll da eine rockige Rede im Plenum halten Nun gut dann haben wir zwei Abstimmungen wir stimmen ab bringen wir den vorliegenden Antrag in diesem Plenum ein und die zweite Abstimmung im nächsten Plenum oder wollen wir konkurrierend in einem Wahlgang das machen ich frage ganz kurz in die Runde ok oder so also erstmal prinzipiell beschließen wir jetzt reichen wir den Antrag ein der möge dies dann jetzt eben kurz mit Handzeichen signalisieren oh das ist sogar einstimmig vielen Dank ja bestätigt jetzt tatsächlich bestätigt dann würde ich sagen genau bringen bringen wir den Antrag zu einem solchen Volksbegehren oder vielmehr zu diesem Themenbereich des BGE heute bereits ein für das kommende Plenum ich würde sagen wir machen Approval jeder kann so oft wie er will nicht nein das ist nicht schwierig das ist einfach weil jeder dafür ist er jetzt gerade abgestimmt hat dass er spätestens im Mai bestimmt angenommen wird das heißt ich brauche nur einen um die Abstimmung zu gewinnen nämlich der schlitzert nicht für den Abschuldkern das ist automatisch der Mai ja nee das ist nicht so das macht einfach keinen Sinn diese Abstimmungsvariante in dieser Art von Abstimmung das kann man nur alternativ abstimmen lassen entweder oder alles andere macht keinen Sinn gut kurz kurz für den Stream ich bitte zu entschuldigen dass wir uns gerade nochmal genau der kleine Logikschein dass wir uns nochmal kurz über das Wahlverfahren unterhalten also wir machen dann jetzt zwei konkurrierende Abstimmungen und von daher frage ich jetzt ich ziehe jetzt diesen Vorschlag nicht mehr zurück also ich frage euch sollen wir den Antrag heute einreichen für dieses Plenum der möge dies jetzt per Handzeichen signalisieren 10 11 Verzeihung 11 ich habe dich übersehen und jetzt stelle ich die zweite Frage wer ist der Meinung dass wir diesen Antrag dann fürs nächste Plenum einbringen der möge dies per Handzeichen signalisieren wir haben konkurrierend deswegen bleibt dann nur eine Stimme demzufolge nach bringe ich diesen Antrag in diesem Plenum ein ich danke euch so so bitte achso ja stimmt die hast du die liegt im Antrag vom achten oh michelle okay dann kommen wir zum nächsten Punkt Fragestunde ist ja drin wird ja dann nächste Woche veröffentlicht darf ich ganz kurz telefonieren übernehmt ihr kurz die Leitung also ich wollte nur schon mal sagen dass wir eine Fragestunde beantragt haben zum Thema Digitalisierung und Schule der Matthias wir hatten 20 Fragen für den Ausschuss im Ausschuss wurde halt gesagt das ist so viel wir sollten daraus eine große Anfrage machen machen wir aber nicht wenn wir mal eine Fragestunde draus ich sage euch das schon mal für nächste Woche möchte gerne dass ihr alle da seid können wir nächste Woche besprechen ich würde halt auch gerne ein paar Fragen verteilen ich glaube das ist wird eine wenn wir es geschickt anstellen ganz lustige Nummer die Fragestunde ist glaube ich am Mittwoch oder am Donnerstag müsste ich jetzt weiß ich nicht weil jetzt aktuell noch eine Richtung reingekommen ist gut du hast Mode ja die wo dann auch die 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 Ich dachte, ihr macht jetzt eben weiter. Genau. Mario, wenn du möchtest, kannst du ein paar Takte zum Piraten-Art-Projekt verlieren. Das ist ganz toll. Ja, kann ich, in der Tat. Also, wir hatten das ja beim letzten Mal schon angekündigt. Es liegt euch die Beschlussvorlage B22-2016 vor. Es geht darum, abseits des Üblichen auf unsere Kulturpolitik und unter anderem auch die Situation von Kunstschaffenden usw. hinzuweisen. Und das mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die nicht üblicherweise zuerst an Piraten denken, wenn sie an Kunst denken. Wir haben dazu nochmal unser Parteiprogramm durchforstet und den entscheidenden Satz gefunden, der in der Beschlussvorlage dann auch steht. Wir fangen an mit einem sehr klassischen Künstler. Ich habe ein, zwei, drei Sachen von ihm gesehen. Er war hier zu einem Gespräch und das hat das Zeug, medial aufgenommen zu werden. Insbesondere auch dadurch, dass wir einen Redner gewinnen können, der, wenn ich das richtig weiß, im WDR Kulturressort sitzt. Und dementsprechend Reichweite erzeugt. Das Ganze ist angesetzt auf bis zum Ende der Legislaturperiode. Jede einzelne Ausstellung, die wir machen wollen, soll circa sechs Wochen dauern. Und wir planen, das einmal im Vierteljahr zu machen. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, jede Ausstellung soll einzeln nochmal abgestimmt werden von den Abgeordneten, sodass ihr vollständige Budgethoheit habt. Und dass alles wirklich auch, sag ich mal, es einen kurzen Check gibt, wie ist die letzte verlaufen, haben wir unsere Ziele erreicht und so weiter. Das heißt, wir meißen jetzt nichts in Stein, was man aufheben kann, nicht wieder aufheben könnte, sondern wir wollen das fortlaufend machen, das ist das Ziel. Aber jeder einzelne ist Step by Step. Ich würde nur kurz ergänzen, vom Preis her, also vom Budgetvolumen, ist das eine Möglichkeit, dass der Vorstand das abstimmen könnte bis 15.000. Aber es ging ja um das Gesamtkonzept, das hat Mario ja angeboten. Deswegen haben wir in die Vorlage gleich beides reingepackt. Das heißt, wenn hier die Zustimmung da ist, liegt sozusagen die Zustimmung des Vorstandes vor und auch das Go der Fraktion. Gibt es da weitere Nachfragen? Ich selber hatte im Übrigen auch schon dann vielleicht bei wechselnden Ausstellungen ein Thema vorgeschlagen, was man dann irgendwann mal diskutieren könnte, das ist die Ausstellung Heroin Kits, nochmal zur Erinnerung, die sehr kontrovers diskutiert worden war. Von daher würde ich sagen, können wir jetzt diese Vorlage eben auch in der Fraktion abstimmen. Würde sich auch der Vorstand darüber freuen. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir die Beschlussvorlage B22 so wie vorliegend annehmen können, der möge dies nun per Handzeichen signalisieren. Das ist einstimmig, vielen Dank. Ich bitte dann natürlich zu der Eröffnung, alle Abgeordneten herzlich, sich diesen Termin freizuräumen. Es ist wahrscheinlich die 22. KW. Später Nachmittag, früher Abend. Okay, schon mal vormerken, können wir ja dann auch schon mal intern rumschicken. So, für den öffentlichen Teil, Top 8 Sonstiges. Wenn es nichts momentan gibt, würde ich dann mich ganz gerne vom Stream und der Öffentlichkeit mit vielen, vielen Grüßen nach Aachen um 12.35 Uhr verabschieden wollen, leider müssen. Ich wünsche in Aachen noch viel Erfolg und danke auch Balli für den Zwischeneinwurf in Bezug auf den BGE-Antrag. Von daher würde ich sagen, sind wir am Ende des öffentlichen Teils für diese Fraktionssitzung. Hiermit schließe ich den öffentlichen Teil dieser Fraktionssitzung um 12.36 Uhr. Und wir können dann nach ungefähr, ich denke mal, bitte, nach fünf Minuten Thema Abbau, Umbau mit dem nicht öffentlichen Teil starten. Genau, die Kulissen, genau. Die Kempsch, lassen wir das. Okay, ich würde sagen, jetzt bis 12.40 Uhr. Bis gleich. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020